Meine Damen, meine Herren, bei sommerlichem Wetter begrüße ich Sie ganz herzlich zur 11. Asset Manager Presentation von, hier steht es, Donner und Reuschel. Thema heute Künstliche Intelligenz im Asset Management, Chancen, Nutzen und Perspektiven. Mit diesen Bildern, mit diesen Eindrücken begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser Asset Manager Presentation. Mein Name ist Andreas Franek, ich darf Sie auch heute durch die kommenden 90 Minuten begleiten, freue mich sehr, dass Sie wieder mit von der Partie sind. Künstliche Intelligenz ist nicht wirklich ein neues Thema, aber hat, ich weiß nicht, wie Sie es empfinden, ein völlig neues Momentum, ein starkes Momentum bekommen in den vergangenen Monaten und der Grund ist schnell gefunden, denn mit der Software Chat GPT ist KI nun auch für Otto Normalbürger und selbstverständlich auch für Monika Mustermann nutzbar geworden und das relativ einfach. Chat GPT ist seit Freigabe für die Öffentlichkeit explosionsartig gewachsen, schneller gewachsen sogar als TikTok und das will schon was heißen in diesen Social Media Zeiten. Ja und täglich gibt es neue Fakten, neue Erkenntnisse, neue Ergebnisse und der entscheidende Punkt ist natürlich, dass dies fortgeschrieben wird. Letzte Woche beispielsweise in Paris, der Facebook-Mutterkonzern Meta hat dort eingeladen, nach Paris hat viele Neuigkeiten präsentiert, unter anderem ein sehr spannendes KI-Modell namens JEPA, das da vorgestellt worden ist und über dieses Modell wollen wir auch im Verlauf dieser Asset Manager Presentation sprechen. Selbstverständlich ist künstliche Intelligenz im Asset Management ein Riesenthema und da wollen wir heute in die einzelnen Segmente, in die einzelnen Details hineinschauen. Wichtig ist es bei der Analyse der Finanzinformationen, wichtig bei der Auswahl der richtigen Aktien und sicherlich auch bei der Zusammensetzung eines gut diversifizierten Portfolios. All das und das wissen Sie, mache ich natürlich nicht alleine. Wir haben uns profunde Kenner der Szenerie eingeladen. Wir wollen mit Ihnen diskutieren über diese verschiedenen Facetten und dies sei gleich vorweg geschickt. Sie können im Chat Ihre Fragen stellen. Wir werden diese Fragen sammeln und nach den letzten so circa 25 Minuten dieser Asset Manager Presentation versuchen, all Ihre Fragen zu beantworten. Jetzt aber möchte ich Ihnen unsere Gäste vorstellen. Wir haben hierzu ein paar Grafiken vorbereitet, dass Sie wissen, wer hier heute mit dabei ist. Starten wollen wir mit Timothy Meixner. Er ist Geschäftsführer Meixner und Ruhoff UG. Er kümmert sich um die Plattform Digitale Profis und ist im Bereich E-Learning unterwegs. KI im Asset Management, auch natürlich für ihn ein großes Thema. Hier haben Sie schon mal gleich vorab seine Koordinaten, falls Sie später auch mit ihm kommunizieren wollen. Unser erster Gast hier im Studio wird Christoph Gumm sein. Er ist der Geschäftsführer der Private Alpha Germany GmbH. Er sagt, für die künstliche Intelligenz ist nun der iPhone Moment gekommen und Cäsar hilft bei allen neuen Entwicklungen und Cäsar wird uns auch erklären, was das ist, warum er Cäsar mitgebracht hat. Wir haben einen weiteren Gast, Hans Heimburger. Er ist der Geschäftsführer bei Gies und Heimburger. Er will und versucht mit seinem Team die besten Aktien mithilfe der KI zu finden und er hat eine Geheimwaffe, so sag ich jetzt mal. Mal gucken, ob er mich nachher korrigieren wird, eine Geheimwaffe gefunden und die nennt er Topaz. Was es damit auf sich hat, dazu dann im Talk mehr. Und last not least Johannes Ries. Er ist Gründer und Analyst von Apus Capital. Er sagt, wir investieren in die Gewinner des Wandels. Wir wollen natürlich für unsere Kunden, für unsere Investoren hier einen Mehrwert generieren. Das also die Gesichter, die Informationen zu unseren Gästen in dieser Asset Manager Presentation. Starten wollen wir mit ein paar grundsätzlichen Gedanken zur Einordnung des Themas KI. Was ist künstliche Intelligenz überhaupt? Wie wird sie aktuell eingesetzt? Im Finanzwesen wollen wir es anhand von Sentimentanalysen und Prognosefähigkeiten besprechen. Und wir wollen natürlich nach vorne schauen, wo geht die Reise hin? All das schildert uns Timothy Meixler in den kommenden rund 15 Minuten, ehe wir mit den Asset Managern ins Gespräch kommen. Und was mich sehr beruhigt, Timothy, du hast keinen Avatar geschickt, sondern bist in Fleisch und Blut vor die Kamera getreten. Wo treffen wir sie denn gerade an? Vielen Dank, Herr Franek. Ich melde mich heute wieder aus dem wunderschönen Stuttgart und freue mich, hier sein zu können und diese spannende Veranstaltung mit einem kurzen Vortrag eröffnen zu dürfen. Bevor ich damit beginne, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Timothy Meixner. Ich bin Geschäftsführer von Meixner & Ruhrow und habe in der Vergangenheit mit Unternehmen wie Google, Udemy und Xing als Insider im Bereich E-Learning und Online-Bildung zusammengearbeitet. Nebenbei betreibe ich zusammen mit Johannes Ruhrow einen YouTube-Kanal mit dem Namen Digitale Profis, der sich hauptsächlich mit KI beschäftigt. Ja, künstliche Intelligenz. Ein Thema, das für viele von uns spätestens seit diesem Jahr omnipräsent ist. Für die einen ist es die Rettung der Menschheit, für die anderen ist es der Untergang. Ganz so dramatisch sehe ich es nicht, aber es ist vermutlich technologisch gesehen der größte Quantensprung seit dem Internet. Künstliche Intelligenz ist an sich nichts Neues und existiert in unterschiedlichsten Formen seit Jahrzehnten. Aber noch nie gab es so viele KI-Tools, die ich als Privatperson verwenden konnte. Viel davon hat natürlich mit dem bahnbrechenden Erfolg von OpenAI und JetGPT zu tun. Deshalb werde ich mich jetzt auch für meinen Vortrag verstärkt auf dieses Tool konzentrieren, das mit Sicherheit viele von Ihnen kennen und vielleicht ja auch schon ausprobiert haben. Ja, JetGPT, was genau ist das eigentlich? Was macht diesen JetBot so besonders und warum gibt es seit diesem Tool gefühlt jeden Tag hunderte von neuen künstlichen Intelligenzen, die auf den Markt drängen? Sehen wir uns doch kurz mal die Technologie an, die hinter diesem Tool steckt. Chat ist klar, wir können mit dem Bot eine Unterhaltung führen. Aber wofür steht denn das GPT? GPT ist eine Abkürzung und steht für Generative Pre-Train Transformer. Das klingt erst einmal alles sehr kompliziert und auch wenn es das auf der untersten technischen Ebene natürlich auch ist, kann man es mit ein paar Analogien ganz gut erklären. Und das wird uns enorm dabei helfen zu verstehen, wie diese Programme funktionieren. Ein Generative Pre-Train Transformer ist eine spezielle Art eines sogenannten Large Language Models oder kurz LLM. Mit dem können Computer Muster oder Pattern aus Daten lernen und dann Vorhersagen oder Entscheidungen treffen, ohne wirklich explizit dafür programmiert worden zu sein. Sehen wir uns die drei Teile von GPT an. Generative bedeutet, dass das Modell die Fähigkeit hat, Ausgaben zu generieren. In den meisten Fällen und auch bei JetGPT handelt es sich hier größtenteils um die Fähigkeit, Text zu erzeugen. Pre-Trained. Das bedeutet, dass das Modell trainiert wurde, indem es eine große oder besser gesagt riesige Menge an Daten bekommen hat. Bei den GPT-Modellen von OpenAI handelt es sich dabei um unglaublich viel Text, den die Modelle zum Training erhalten. Das Pre in Pre-Trained bezieht sich darauf, dass dieses allgemeine Training passiert, bevor das Modell für speziellere Aufgaben nochmal besser abgestimmt werden kann. Und dann haben wir noch den Transformer. Transformer bezieht sich auf die Art und Weise, wie das Modell arbeitet. GPT-Modelle verarbeiten sequenzielle Daten wie Sätze, aber im Gegensatz zu anderen Strukturen nicht zwangsläufig der Reihe nach. Das ist besonders nützlich für Sprache, denn manchmal kann die Bedeutung eines Wortes von anderen Wörtern abhängen und diese können sowohl vor als auch nach dem eigentlichen Wort kommen. Würde das Modell jetzt jeden Satz von vorne nach hinten durchgehen, wäre es erst am Ende des Satzes in der Lage, den Inhalt zu verstehen. Aber machen wir doch mal ein konkretes Beispiel und sehen uns an, wie ein GPT-Modell arbeitet, um es einfach noch verständlicher zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie stellen dem GPT-Modell die Frage, was ist ein Apfel? Zuerst schaut das Modell auf die Wörter in der Frage. Es erkennt das Wort Apfel und versteht, dass Informationen über Äpfel gesucht werden. Es erinnert sich an all die Informationen über Äpfel, die es während seines Trainings gelesen hat. Dann beginnt es eine Antwort zu erstellen. Es fängt wahrscheinlich mit dem Wort ein an, weil es gelernt hat, dass eine Definition oft mit ein beginnt. Dann wählt es das nächste Wort, vielleicht Apfel und dann weitere Wörter wie ist eine und Frucht. Also könnte die Antwort so aussehen. Ein Apfel ist eine Frucht, die in vielen Teilen der Welt wächst. Sie kann in verschiedenen Farben wie Rot, Grün und Gelb gefunden werden und wird oft frisch gegessen oder zum Kochen und Backen verwendet. So hat das GPT-Modell eine vollständige Antwort auf die Frage generiert, basierend auf dem, was es während seines Trainings gelernt hat. Es versteht nicht wirklich, was ein Apfel ist, aber es kann die Information wiedergeben, die es eben gelernt hat. Apropos Lernen. Machine Learning ist auch etwas, das man im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz immer wieder hört. Beim Machine Learning lernt ein System aus Erfahrungen und kann aus diesen Erfahrungen, dann ähnlich wie bei den eben angesprochenen GPT-Modell, Vorhersagen treffen darüber, was als nächstes geschehen wird. Ein Beispiel hierfür ist die Tastatur in unserem Handy. Jede Person hat einen eigenen Schreibstil und unsere Handys erkennen diese Muster dann auch irgendwann. Und meine Vorschläge beim Autocomplete von irgendwelchen Sätzen werden sich unterscheiden von den Vorschlägen einer anderen Person. Tatsächlich ist diese Möglichkeit der Vorhersage nicht mehr nur auf Text oder Zahlen beschränkt, sondern es gibt bereits jetzt vielversprechende Beispiele, in denen versucht wird, mit multimodalen In- und Output zu arbeiten. Multimodal bedeutet in diesem Kontext einfach, dass nicht nur mit Textdaten gearbeitet wird, sondern auch beispielsweise Bilder verwendet werden. Hier wäre zum einen das Projekt Be My Eyes von OpenAI zu erwähnen. Das Projekt versucht mithilfe der Smartphone-Kamera und dem GPT-Vormodell Objekte zu erkennen und diese Informationen dann an die Nutzer zurückzugeben. Was natürlich bahnbrechend wäre in Bezug auf Barrierefreiheit und Inklusion von Menschen mit Sehbehinderung. Aber nicht nur OpenAI ist in diesem Bereich aktiv. Auch Meta ist mittlerweile in das KI-Rennen eingestiegen und hat beispielsweise mit Segment Anything ein Tool vorgestellt, welches uns ermöglicht, einzelne Objekte aus Fotos zu isolieren und sie so zu erkennen und einzuordnen. Diese Extraktion von Informationen anhand von visuellem Input bietet natürlich unglaubliches Potenzial. Erst letzte Woche hat Meta dann noch einen weiteren revolutionären Ansatz für die Arbeit von KI mit Bildern vorgestellt. Dieser versucht den stringenten Prozess, den die meisten aktuellen GPT-Modelle verwenden, mithilfe von Abstraktionen zu vermenschlichen. Im Gegensatz zu Maschinen nehmen Menschen sehr viele Informationen passiv auf und können dann aus diesen Rückschlüsse ziehen und Zusammenhänge erkennen. Grob gesagt versucht Meta mit dem iJapper-Modell jetzt genau das zu synthetisieren und zu emulieren. Anstatt ein Bild Pixel für Pixel zu rekonstruieren, versucht das Modell auf einer abstrakten Ebene den Inhalt und den Kontext des Bildes zu verstehen und so die fehlenden Teile zu ergänzen. Aktuell ist der Stand, dass mit iJapper eben Bilder generiert werden können. Die Japper-Technologie an sich soll aber auch mit anderen Bereichen wie texteffizient arbeiten können. Man muss hier aber auf jeden Fall abwarten, wie sich das wirklich in der Praxis im Vergleich zur generativen KI schlägt. Ein interessanter Ansatz ist es auf jeden Fall. Besonders spannend ist auch, dass Meta hier wieder den Weg der Open-Source-Entwicklung gehen wird und die Trainingsdaten sowie das Modell frei zugänglich machen möchte. Und das ist eben auch ein entscheidender Faktor, der aktuell viele Firmen im Bereich KI voneinander unterscheidet. Es gibt einige Unternehmen wie eben Meta, die diese Entwicklung im Open-Source-Bereich betreiben. Und dann gibt es andere Beispiele wie Google mit Barth oder OpenAI mit JetGPT, die diese Entwicklung im Moment in geschlossenen System vorantreiben. Es gibt für beide Ansätze gute Gründe. Und hier wird es interessant zu sehen, was sich in der Zukunft durchsetzen wird. Ein Google-Mitarbeiter hat vor nicht allzu langer Zeit in einem internen Memo die Befürchtung geäußert, dass Open-Source die geschlossene Entwicklung überholen wird. Aber ich denke, dass man das Ganze hier etwas differenzierter sehen muss. Auch wenn ich glaube, dass Open-Source-KI-Tools sich im Alltag etablieren werden, werden vor allem Unternehmen mit speziellen Anforderungen auf geschlossene Systeme und Modelle zurückgreifen, da dort einfach ein höheres Maß an Kontrolle möglich ist. Jetzt, da wir ein gewisses Verständnis für künstliche Intelligenz entwickelt haben, stellt sich natürlich die Frage, inwiefern man diese Tools im Bereich Finanzen verwenden könnte. Dazu möchte ich kurz vier Anwendungsfälle vorstellen und dann in einem Beispiel konkret zeigen, wie so etwas aussehen könnte. Erstens Dokumentenanalyse. Generative KI kann zur Verarbeitung, Zusammenfassung und Extraktion wertvoller Informationen aus großen Mengen von Finanzdokumenten wie Jahresberichten, Finanzberichten und Gewinnmitteilungen eingesetzt werden und ermöglicht so eine effiziente Analyse und Entscheidungsfindung. Finanzanalyse und Prognosen. Durch das Lernen aus historischen Finanzdaten können generative KI-Modelle komplexe Muster und Beziehungen in den Daten erfassen. Dadurch sind sie in der Lage, vorausschauende Analysen über zukünftige Trends, Vermögenspreise und Wirtschaftsintegratoren zu erstellen. Wenn die Modelle richtig abgestürmt sind, können sie verschiedene Szenarien generieren, indem sie Marktbedingungen, makroökonomische Faktoren und andere Variablen simulieren und so wertvolle Erkenntnisse über potenzielle Risiken und Chancen liefern. Portfolioverwaltung und Risikomanagement. Eine weitere Anwendung der generativen KI im Finanzbereich kann auf jeden Fall die Portfolio-Optimierung sein. Durch die Analyse von Finanzdaten und die Generierung verschiedener Anlageszenarien können generative Modelle, Vermögensverwaltern und Anlegern helfen, die optimale Vermögens- und Vermögensverwaltung zu ermitteln. Dabei geht es vor allem darum, verschiedene Marktbedingungen, wirtschaftliche Umgebungen und Ereignisse zu simulieren und so die potenziellen Auswirkungen auf die Portfolio-Performance besser zu verstehen. Finanzexperten können Anlagestrategien entwickeln, verfeinern und fundierte Entscheidungen über die Verwaltung ihrer Portfolios treffen. Wenn man das richtig umsetzt, sollte dies letztendlich zu besseren finanziellen Ergebnissen für ihre Kunden oder Institutionen führen. Als letztes haben wir die Sentimentanalyse. Dabei kategorisieren wir Texte, Bilder oder Videos nach ihrem emotionalen Ton und stufen sie als negativ, positiv oder neutral ein. Indem sie Einblicke in die Emotionen und Meinungen der Kunden gewinnen, können Unternehmen Strategien entwickeln, um ihre Dienstleistungen oder Produkte auf der Grundlage dieser Erkenntnisse zu verbessern. Aber natürlich kann man sich durch diese Daten auch immer ein Bild von der allgemeinen Stimmung am Markt machen. Egal ob jetzt politisch oder gesellschaftlich, macht es auf jeden Fall Sinn, diese Faktoren im Blick zu behalten. Jetzt nach diesen vielen theoretischen Informationen würde ich gerne noch ein kurzes Beispiel zeigen und dafür habe ich mir jetzt den letzten Punkt herausgegriffen, die Sentimentanalyse. Das schauen wir uns jetzt einfach mal kurz gemeinsam mit JetGPT an, um das jetzt nicht zu sehr in die Länge zu ziehen. Und damit Sie mir nicht nur beim Tippen zuschauen müssen, habe ich schon mal einen kleinen Prompt vorbereitet, den wir gerne zur Sentimentanalyse benutzen. Dazu verwenden wir einen kleinen Trick, mit dem wir auch aus einer allgemeinen KI wie JetGPT einen, zumindest zu einem gewissen Grad, Spezialisten machen können, indem wir dem Chatbot gewisse Rahmenbedingungen für seine Antworten vorgeben. Ich füge das einfach mal kurz hier ein, dann sehen Sie, was ich meine. Wir fangen unsere Eingabe an mit Agiere als Sentiment GPT, eine KI zur Sentimentanalyse. Diese Art Rollenspiel ist extrem nützlich für die Arbeit mit so einem Chatbot, denn so bekommen wir später für unsere eigentlichen Anfragen immer direkt eine schlüssige und konsistente Antwort, ohne viel Schnickschnack. Danach habe ich jetzt einfach einmal drei Beispielbefehle für unsere neue KI erstellt, in denen wir gleich einen Text analysieren können und versuchen, das Sentiment herauszufinden. Wir haben hier also die Möglichkeit, eine detaillierte Analyse zu bekommen, dann etwas, das wir sehr gerne verwenden, nämlich eine Ausgabe als JSON-Format zur Verwendung beispielsweise in Excel oder für Datenbanken und der Vollständigkeit halber noch eine Kurzform. Wir werden jetzt alle drei kurz zusammen testen, nachdem wir von JetGPT kurz hier noch die Bestätigung bekommen, dass die Aufgabe verstanden wurde. Fangen wir doch mit der Kurzform an. Ich habe als Text jetzt einfach mal ein kurzes Feedback zu einem fiktiven Smartphone, nämlich ich habe vor einer Woche dieses neue Smartphone gekauft. Ich bin absolut begeistert von den hochauflösenden Fotos, die die Kamera schießt. Die Akkulaufzeit ist jedoch ziemlich enttäuschend und es dauert ewig, bis das Telefon vollständig geladen ist. Alles, was ich jetzt also tun muss, ist vor diesem Text den Befehl forward slash short schreiben und schon bekomme ich meine erste einfache Analyse. Wir sehen in diesem Fall, dass meine KI das Gesamtsentiment als gemischt bezeichnet und sogar noch eine kleine Analyse dazu schreiben. Und ich würde das auch so unterschreiben. Also testen wir auch einmal das Full und fügen einfach den Text hier wieder ein. Auch hier sehen wir die Einschätzung gemischt, bekommen aber in diesem Fall jetzt noch eine deutlich ausführlichere Begründung für die Analyse. Außerdem schreibt uns JetGPT jetzt noch genau die entsprechenden Stellen aus dem Text heraus, die eben positiv, negativ oder neutral beurteilt wurden. Als letzten Befehl in unserem kleinen Beispiel haben wir jetzt also noch das JSON-Format. Ich gebe direkt den Befehl slash JSON ein, wieder gefolgt vom Text. Hier bekommen wir jetzt ein ganz anderes Ergebnis, also keinen Fließtext mit einer Erklärung, sondern wir sehen, dass JetGPT uns JSON-Code erzeugt hat, der die gewünschten Informationen enthält. Als erstes haben wir die Einschätzung des Sentiments auf der Skala. In diesem Fall bleiben wir natürlich auch bei gemischt, was direkt darunter auch nochmals als Label vergeben wird. Zusätzlich enthält auch unsere JSON-Ausgabe dann noch weitere Details mit den positiven, negativen und neutralen Punkten. Ob man diese Details dann verwendet oder nicht, kann man sich überlegen. Aber wir haben hier eben eine wirklich sinnvolle Info mit der Zahl für das Sentiment. Wenn man sich jetzt vorstellt, man kann zig solche Feedbacks automatisch klassifizieren lassen und die Infos dann aus den JSON-Dateien direkt in einer Datenbank oder auch Excel-Datei visualisieren und zusammenfassen, dann hat man ein richtig nützliches und einfaches Tool, um ein Stimmungsbild für ein Produkt, eine Dienstleistung oder ähnliches zu machen. An unserem einfachen Beispiel. Hier sieht man jetzt, dass die KI in ihrer Einschätzung konsistent ist. Das bedeutet, wir haben für die kurze Analyse dasselbe Ergebnis bekommen, wie im JSON-Format. Und wenn wir weiteres Feedback analysieren, dann können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass wir wieder ein ähnlich gutes Ergebnis bekommen. Das liegt aber auch natürlich daran, dass es sich bei diesem Text hier um für die KI ziemlich leicht einzuschätzendes Material handelt. Und damit komme ich eigentlich jetzt auch schon direkt zu meinem Ausblick und zum Ende meines kurzen Vortrags. Das Potenzial von Large Language Models für Aufgaben wie Sentiment-Analyse ist riesig. Aber die Anwendung hat natürlich auch Risiken. Wenn Modelle nicht gut für die gewollten Aufgaben trainiert werden, dann kann es leicht zu Fehlschlüssen kommen, die gute Ergebnisse gefährden oder ganz verhindern. Dementsprechend muss man sagen, dass einfach zu bedienende Chatbots, wie beispielsweise eben JetGPT, zwar verlockend sind und oft gute Ergebnisse liefern können, aber spezialisierte und auf die entsprechenden Anwendungsfälle abgestimmte Modelle besser sind. Wir haben ja im Beispiel für unsere Analyse gerade mit einem Feedback-Text gearbeitet, der für GPT-4 sicherlich relativ leicht zu klassifizieren war. Man kann sich aber durchaus auch vorstellen, auch eine Sentimentanalyse von komplexeren Texten zu machen. Vielleicht berichten über Entwicklungen von Aktienkursen, Währungsentwicklungen etc. Wir haben in diesem Bereich auch schon ein bisschen experimentiert und hier tut sich die allgemeine KI oft doch schwer, Aussagen konsistent in die richtige Kategorie einzuordnen, da numerische Entwicklungen nicht so leicht klassifizierbar sind, wie zum Beispiel Adjektive wie super, schrecklich oder enorm. Dazu gibt es vielleicht noch eine interessante Entwicklung, gerade im Finanzbereich. Bloomberg hat zum Beispiel am 30. März dieses Jahres ein eigenes Modell mit dem Namen Bloomberg GPT angekündigt. Im Gegensatz zu, man kann sagen, All-Purpose-Modellen, wie beispielsweise einem GPT-4, wurde Bloomberg GPT eben während dem Training ganz gezielt mit Millionen von Finanzdokumenten gefüttert. In zugegebenermaßen eigenen Tests mit Aufgaben, die im weitesten Sinne mit Finanzen zu tun haben, konnte das Modell dann vergleichbare Konkurrenten deutlich ausstechen. Hier wäre es auf jeden Fall spannend zu verfolgen, inwiefern Aufgaben wie Sentimentanalyse für Aktienkurse zum Beispiel im Vergleich zu GPT-4 gemeistert werden. Viel der spezifischen KI steht aber noch am Anfang und auch die Möglichkeit, wirklich große Modelle für eigene Anwendungen fein abzustimmen, gibt es schlicht noch nicht so lange, sodass wir auf jeden Fall gespannt sein können, was hier die kurz- und mittelfristige Zukunft bringen wird. Und mit diesen Gedanken gebe ich zurück nach Hamburg und freue mich auf den Rest der Veranstaltung und die anschließende Fragerunde. Soweit also Timothy Meixner mit seiner Einführung. Spannende Ideen, Gedanken auch visualisiert, sodass man sich das Ganze doch ein Stück weit besser vorstellen kann. Und er hat es angedeutet, wir werden ihn später zur Panel-Diskussion wiedersehen. Er ist dann zugeschaltet neben den Asset-Managern, die live hier in Hamburg vor Ort sind. Ja, wir wollen den dreien auf den Zahn fühlen, so möchte ich es mal formulieren. Wir wollen hören, wie Sie sich dem Thema KI genähert haben. Und unser erster Gast ist Christoph Gumm von der Private Alpha Germany GmbH. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Eigentlich sind Sie ja, Herr Gumm, mit Ihrem Team als reine Tech-Firma 2017 gestartet und haben sich erst dann zur Form-Boutique gewandelt, so möchte ich es mal formulieren. Wie kam es dazu? Ja, es müssen erst Grundlagen gelegt werden. Und für uns ist es ganz wichtig, die optimale Kombination zwischen Anlage-Erfahrung, Private Banking-Erfahrung und eben KI-Erfahrung zusammen zu bekommen. Und als wir 2017 Private Alpha gegründet haben, war das Feld noch relativ unbesetzt. Es hat in Deutschland schon den ein oder anderen Spieler gegeben, die sich dieses Thema auf die Fahnen geschrieben haben. In den USA schon mehrere Spieler. Und für uns war es erst mal wichtig, eben die Grundlage zu legen. Und daher haben wir mit Cäsar unsere Technologie-Plattform aufgebaut. Es gibt ja jetzt schon diverse Namen von Großbanken jetzt mit Jetindex, glaube ich, habe ich von JP Morgan jetzt vor drei Wochen gelesen. Bloomberg hat, wie man es gerade gehört, hat man schon angesetzt. Und Cäsar ist schon sechs Jahre alt. Also wir haben sechs Jahre Branchenerfahrung, wir haben sechs Jahre Domain Knowledge in diesem Thema und wir haben schon sehr, sehr bemerkenswerte Resultate liefern können, gerade in den letzten zwei Jahren mit Cäsar. Über Cäsar reden wir gleich noch ausführlicher. Ein Wort noch, denn das Ganze ist ja nicht banal. Wir haben es eben gesehen, nicht wirklich nicht banal. Da braucht man die entsprechenden Experten, um erfolgreich sein zu können. Man könnte es ja auch Freaks oder Nerds nennen und das meine ich im besten Sinne. Wie werden Sie da fündig? Wie sind Sie zu dem Team geworden, das Sie heute sind? Wir sitzen fast auf dem Campus der ETH in Zürich. Und die ETH ist sicher eine der führenden Lehrstühle, was künstliche Intelligenz angeht. München ist auch gut dabei, Aachen ist sehr gut, Stanford, die Amerikaner natürlich sowieso. Aber Zürich ist ein Hub geworden für Technologie. Man kennt es ja als Bankenstandort. Aber wir haben Microsoft in der Stadt, wir haben Nvidia in der Stadt, wir haben Facebook in der Stadt, wir haben Google in der Stadt und viele internationale Studenten gehen gern nach Zürich zum Studieren. Und für uns ein idealer Standort, um Private Banking, Asset Management Know-how mit KI-Know-how zu bündeln. Und seit die Startup-Welle rollt in den letzten fünf, sechs Jahren sind auch Startups teilweise, ich sag mal, more sexy wie die Großbanken und für uns eine ideale Spielwiese. Was kann denn eine KI im Finanzbereich jetzt besser als ein Analyst beispielsweise oder ein Analystenteam? Es geht primär um Rechenleistung, um Unvoreingenommenheit, also kein Bias und sie arbeitet 24-7. Sie doch auch, Herr Gumm, Sie doch auch. Momentan sehr viel, also ich kann mich nicht beschweren, wenn ich mir den Tagesrhythmus der letzten zwei Tage anschaue, bin ich da nicht so weit davon entfernt. Man sieht meine Augenringe nicht. Aber es ist natürlich eine Effizienz, eine Skalierung, die man reinbekommt mit solchen Tools. Und viele haben uns belächelt, als wir 2017 damit angefangen haben. Natürlich braucht man da auch eine gewisse Grundlagenarbeit, die man leisten muss. Aber ich glaube, seit November lacht keiner mehr. Und wir haben uns, glaube ich, vor drei Monaten in Frankfurt auf dem Parkett getroffen. Da habe ich sehr euphorisch über die Möglichkeiten gesprochen. Ich erinnere mich, ja. Ich glaube, die Börse hat es gezeigt, da war ich noch deutlich zu uneuphorisch, wenn man seinen Nvidia-Aktienkurs anschaut mit 200 Prozent. Ich glaube, wir sind da sehr happy. Wir sind voll dabei in dem Thema. Und ja, viele Anleger sollten auch noch einsteigen in den Zug, glaube ich. Der fährt erst aus dem Bahnhof. Das ist mal eine klare Aussage gleich zum Start hier dieser Asset Manager Presentation. Mit all diesen Ideen und Gedanken, die Sie uns jetzt hier kurz skizziert haben, Herr Gumm, haben Sie sich dann an Cäsar gesetzt? Der Name stand vielleicht noch nicht von Anfang an fest, aber Sie müssen uns natürlich jetzt erklären, wer oder was ist Cäsar? Cäsar ist der Co-Pilot für die Finanzmärkte. Was JetGPT ist für Texte, wir haben es gerade vom Vorredner sehr, sehr detailliert und sehr gut aufgezeigt bekommen, ist Cäsar für Finanzmarktindikatoren. Also genau die Effizienz, die JetGPT bekommt, um Texte für uns vorzuschreiben, ich glaube, wir alle nutzen es mittlerweile, weil es einfach effizient und schneller geht in der schnelllebigen Zeit, wo wir lesen. Genau das Gleiche machen wir mit Cäsar, mit Finanzmarktdaten. Jeden Tag hunderte von Zeit rein optimal auszuwerten, ist eine große Herausforderung und dafür steht Cäsar. Nehmen Sie uns mit in die Details. Verraten Sie uns so viel Sie dürfen, ohne Ärger zu bekommen mit Ihrem Team. Wie funktioniert er, was kann er dann jetzt und wie können Investoren von Cäsar profitieren? Grundsätzlich ist Cäsar eine Deep Reinforcement Plattform mit den neuesten Algorithmen, die wir dort nutzen. Wir sind Microsoft Partner in der Schweiz, also wir sind völlig cloudbasiert in der Azure Cloud von Microsoft und Cäsar sammelt täglich hunderte von Zeitreihen und bekommt dann ein Trainingsziel, auf das er sich optimiert. Das ist also der Unterschied zwischen statischen Quantenmodellen, die immer die gleichen Indikatoren nutzen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzeugen, hat Cäsar die Möglichkeit eben Indikatoren auszutauschen, um immer ein optimales Set an Indikatoren für ein bestimmtes Trainingsziel. Wir machen hier Risikoreports zum Beispiel, um eine gewünschte Marktschwankung anzuzeigen. Das wäre ein Use Case vom Cäsar-System. Sind das Kursverläufe oder sind das Textbausteine oder alles zusammen, was er verarbeiten muss? Es ist eben ein ganz großer Unterschied von unserem Haus zu anderen Häuser. Wir haben da einen ganz eigenen Ansatz. Wir machen keine News-Analysen. Also wir sammeln jetzt nicht Bloomberg, Reuters Texte. Da haben wir das Team nicht dafür, die Kapazitäten, sondern wir haben einen ganz fokussierten Ansatz. Und Cäsar Zeitreihen, also Cäsar ist quasi optimiert sich auf Zeitreihen, die das System bekommt, um dann Investmentquoten, um Sentiments zu analysieren. Also keine News-Analyse, sondern klassisch dynamisches, quantitatives Modell. Und Sie sind dann den Schritt weitergegangen, haben gesagt, das funktioniert so gut, lass uns doch daraus einen Fonds machen. Ist doch richtig jetzt dieser Zeit strahlen. Das ist der Top 25 Equity Fonds. Ich habe mir den natürlich angeschaut im Vorfeld. Der Investmenthorizont ist nach meinem Empfinden sehr, sehr spitz. Er ist sehr passgenau auf den Nasdaq 100 Index ausgerechnet. Und warum? Weil es sein Tech Index ist, aber hey, da ist doch Biotech drin. Ja, Nasdaq unterhält ja nicht nur Tech. Eben. Ich kann jetzt vielleicht ein bisschen ausführen, warum haben wir den Nasdaq 100 genommen. Ich bin ja in Deutschland jetzt und wir haben natürlich den DAX, wir haben den Eurostox. Schauen wir uns mal die Renditen von den beiden Indizes an in den letzten, sagen wir, zehn Jahren. Der Eurostox, sehr bankenlastig. Wir wissen es, 2,3 Prozent Rendite. Der DAX mit dem, sage ich mal, Industriefokus für Deutschland, sieben Prozent Rendite. Der MSCI World auch acht Prozent Rendite. Nasdaq 100 mit den führenden Technologiefirmen, wir kennen sie alle, von Apple und Microsoft angefangen, hat 15,2 Prozent. Wenn man uns nur die Indexrendite hernimmt, also als Investor bin ich doch gern, wenn ich langfristig in Aktien investiere, in einem Technologieindex investiere. Und da haben wir angesetzt, wir nehmen immer dieses Indexuniversum von 100 Firmen, wir haben kein Analystenteam, wo wir einzelne Aktien, wir nehmen immer die Nasdaq 100 Titel und wählen 25 aus. Und da ist ganz, ganz wichtig, wie wir das machen, weil der Nasdaq 100 hat Value-Spieler drin, hat Growth-Spieler drin und natürlich kann man dann Trendindikatoren reinspielen. Und mit der CESA-Plattform haben wir immer ein Basket von Growth, Value und Trend in einer 25er Basis aus diesen 100. Also ein ganz spannendes Fondkonzept, was vor allem aus Chance-Risiko-Sicht überzeugt. Letztes Jahr können wir uns erinnern, Märkte waren brachial schwierig. Seit wir gestartet sind, hat der Index minus 14 gemacht und wir waren am Jahresende bei plus drei. Dieses Jahr sind wir leicht dahinter, aber es ist diese optimale Rendite-Chance, die man aus dem Index mit unserem Fondkonzept spielen kann. Ein bisschen Mathematik für mich als Moderator. Wenn es 25 Werte sind, sind die dann am Beginn alle mit 4% gewichtet und gibt es dann regelmäßig ein Rebalancing und vor allen Dingen wie oft, wie funktioniert das? Das ist genauso, wie Sie es sagen. 100% mit monatlichem Rebalancing. Also wir schauen uns sehr aktiv das Portfolio an und genau diese Analyse hat bei uns gezeigt, dass wir da dieses optimale Risiko-Return-Verhältnis bekommen und historisch in unseren Analysen haben wir eben eine Chance, 3,5 bis 4% besser zu sein wie der Index. Nun weiß ich aus jahrelanger Erfahrung an der Börse, dass es natürlich Spaß macht, zurückzuschauen, aber dafür gibt es halt nichts mehr zu gewinnen, weil das ist die Vergangenheit. Lassen Sie uns also daher nach vorn schauen. Und die Frage, die sich mir natürlich stellt, wie können Anleger jetzt von der weiteren Entwicklung des Nestec 100 profitieren? Schauen wir beispielsweise auf Apple habe ich jetzt mal rausgesucht. Sehen Sie da einen weiteren iPhone-Moment durch die neue VR-Brille, die präsentiert worden ist? Wie schätzen Sie das ein? Ich glaube, als Investor, Anleger, Vermögensverwalter, Family Office muss man sich eine Frage stellen. Wird die Welt digitaler oder wird die Welt analoger? Und meiner Meinung nach wird sie digitaler. Und am Ende vom Tag enden alle großen Technologiefirmen irgendwann im Index. Natürlich, wenn sie Erfolg haben, kommen sie auf die Watchlist von den Index-Providern. Und wenn man sich dann anschaut, was ist im Nestec 100? Da ist alles drin, was es braucht für die nächsten 10 Jahre. Man hat KI drin mit den ganzen Chip-Firmen und natürlich mit NVIDIA. Man hat VR und AR in der Kombination mit der Vision Pro, geht meiner Meinung nach nicht für dieses Jahr, aber mittelfristig und natürlich preist die Börse schon 24 und 25 ein, geht für Apple ein Schaufenster auf, für eine komplett neue Produktgeneration. Man hat es gesehen, die Apple-Aktie ist eigentlich vor dem Announcement. Die Insider im Silicon Valley haben es ja schon gewusst, was kommt, haben sich schon positioniert. Biotech wird ein Riesenthema für KI, meiner Meinung nach ab 2025. Google mit Alpha Fold, ein Bekannter von mir ist bei Google, der erzählt mir, was in der Biotechnologie kommen wird. Also diese Beschleunigung wird sich in der Breite fortsetzen. Ich kann Sie nicht sagen, welche Firmen 2030 dann dort sind. Ich weiß nur eins, der Index wird deutlich höher stehen, wenn die Welt so bleibt, wie es ist und wir nicht geopolitisch irgendwann auseinandergerissen werden. Jetzt haben Sie das also alles entwickelt, haben Cäsar entwickelt, haben den Fonds entwickelt und können sagen, gut, jetzt arbeiten wir genau mit diesem Setting für die kommenden Jahre. Nein, Sie nehmen das Herrschaftswissen und behalten es eben nicht für sich, sondern Sie geben einen börsenoptimierten KI-Cäsar-Report heraus. Warum? Wollen Sie noch ein Taschengeld nebenher? Nein, wir wollen Experten besser machen. Dafür stehen wir mit KI. Ich unterhalte mich mittlerweile mit über 100 Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum und ich sehe auch dort, man ist sehr hörig, ich sage mal, diesen ganz großen Analysen von den ganz großen Häusern, vor allem an der Wall Street. Und man sieht, wo sie year-to-date stehen. Es gibt ja bekannte Börsenmoderatoren, die ständig von diesen Häusern kommentieren und viele sind sehr, sehr bärisch. Und was wir wollen, ist ein transparenter Blick auf unsere Finanzdaten, auf die wir schauen, auf Notenbankdaten, auf Zinskurven. Ein Beispiel, viele sagen momentan, der Markt steht auf neun Beinen, auf neun Aktien, die die Märkte tragen year-to-date. Stimmt ja auch, der breite S&P ist ja, ich glaube, die 400 S&P-Aktien sind ja bei 0%, also gar noch nicht laufen. Und alle sagen, diese kleine Marktbreite führt zu einem großen Rückgang in den nächsten Monaten. Das ist komplett meiner Meinung nach falsch, denn man sieht es immer, wenn die Börse aus dem Tal kommt, dann fängt es natürlich mit Leader-Aktien an und geht dann in die Breite. Und wenn die Börse von einem Boom kommt, eben runterkommt, dann ist am Schluss dort die Marktbreite das entscheidende Faktor. Nicht, wenn wir jetzt aus dem Bärenmarkt rauskommen. Von dem her, unserer Meinung nach, ganz klarer Blick auf die Daten, kann man in unserem Research täglich bekommen, wöchentlich bekommen, um einmal im Monat in einem großen Bundle. Das stellen wir transparent zur Verfügung, wie auch die amerikanischen Technologien. Wir gehen da eigentlich den Open-Source-Weg. Wir wollen auch mal als europäisches Haus ein Standard setzen für Finanzmarktanalyse. Viele Family Office und Vermögensverwalter tun es. Wir haben momentan eine dreimonatige Testphase bei uns. Kann man sich auf der Homepage anmelden und diese Analysen nutzen. Wie gesagt, der Claim steht, wir wollen Experten besser machen. Genau. Und da muss die Folgefrage dann sein, warum das so ist. Warum man mit Ihnen diesen Weg beschreiten soll und nicht sich kurz noch ein eigenes Team zusammenstellen sollte, um vielleicht eben das eigene Wissen aufzubauen und besser zu machen. Ich glaube, die ganz großen Häuser machen das ja. Da stehen wir natürlich in Konkurrenz, aber für Vermögensverwalter, Family Office, die primär den Kundenfokus haben. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, eine siebenstellige Summe, eine mittlere siebenstellige Summe in die Hand zu nehmen. Das wäre noch nicht mal das Problem. Das Problem ist, die guten Leute zu finden. Und das allein hat uns zweieinhalb Jahre gebraucht, also von dem Gründungsgedanken, bis wir ready waren. Die Finanzen waren nicht das Problem. Es gibt nirgendwo VCs und Technologieinvestoren, die genau diese Themen gesucht haben. Aber das Problem ist, das Team aus Domain Knowledge, Banking, Asset Management, Kapitalmarkterfahrung jahrzehntelang mit KI zu kombinieren. Das ist extrem schwierig. Und dann noch natürlich eine Schaufel Risikokapital drauf. Und dann hat man das, was man braucht, um in diesem hochkompetitiven Umfeld mitzuspielen. Sie haben es angedeutet, nicht nur in den letzten beiden Tagen fast 24 Stunden rund um die Uhr unterwegs in Deutschland, sondern das war die letzten Wochen und Monate. So hören viel, sehen viel, sind in sehr vielen Gesprächen. Was filtern Sie daraus? Worauf fokussieren Sie sich? Also was ich höre, das tut mir eigentlich ein bisschen leid, ist, dass der Dachraum unterinvestiert ist in Technologie. Aus diesem schwierigen 22 verständlich. Man hat natürlich die ein oder andere Beule im Depot bekommen. Und dass dieser Trend momentan an vielen vorbeiläuft, das finde ich sehr, sehr schade. Hätten wir in Anführungszeichen die nackte Sicht auf die Daten in der Breite. Ich habe einige Vermögensverwälter, die mich mittlerweile anrufen, danke für die Reports. Wir sind investiert in Technologie und wir können diese Welle mit nach oben nehmen. Von dem her glaube ich, und ich habe das ja auch bei Ihnen an der Börse gebetsmühlenartig wiederholt, und mein Anfangsstatement, der Zug ist gerade aus dem Bahnhof gefahren, das wiederhole ich gern nochmal. März Nvidia war wahrscheinlich der wirkliche Mindblow und der Börsenboom ist gestartet mit den Zahlen. Ich habe heute auch in einer Präsentation auch mit Donner Reuschel in der Früh eine Statistik aufgelegt, wie lange dauern solche Innovationszyklen. Internet, vier Jahre. Social Media, acht Jahre. Cloud Computing, der letzte große Boom, vier Jahre. Glauben Sie, dass der Boom, der im November letzten Jahr nach sechs Monaten wieder vorbei ist? Ich höre im Handelsblatt Hype. Ich glaube, die Handelsblatt-Redakteure sollten sich mal mit ein bisschen Zyklen und Innovationsanalysen beschäftigen. Das Ding läuft mindestens noch für zwei Jahre, mindestens noch für drei, vier Quartale. Und dann reden wir wahrscheinlich über den Hype. Von dem her bin ich sehr, sehr euphorisch. Immer noch bleibe auch so, wie damals an der Börse, dass die besten Quartale noch vor uns liegen. Jetzt, wo Sie gerade so schön in Fahrt geraten sind, das gefällt mir, ist aber unsere Zeit vorbei. Die Viertelstunde ist schon vorbei, Herr Gumm. Aber wir sehen Sie ja nachher nochmal wieder zur Panel-Diskussion. Ich danke Ihnen zunächst für all die Einblicke in Ihre Arbeit. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Meine Damen, meine Herren, wir können also konstatieren, ich habe es schon angedeutet und Herr Gumm hat es eben so getan, der iPhone-Moment ist gekommen für die künstliche Intelligenz und vor allen Dingen natürlich auch für die Finanzbranche. Aktuell wird die künstliche Intelligenz zumeist, das haben wir gerade schon gehört, als unterstützendes Tool eingesetzt. Die Entscheidungsgewalt bleibt aber bei den Asset-Managern. Und so geht es im Kern um eine Optimierung der erforderlichen Marktanalysen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Jetzt gehen wir in dieses Detail hinein mit unserem nächsten Gast, den ich zu Anbeginn ja schon vorgestellt habe. Hans Heimburger ist bei mir von Gieß und Heimburger. Schön, dass Sie da sind, den Platz gewechselt haben mit Herrn Gumm. Zunächst ganz grundsätzlich gefragt, Herr Heimburger, fühlen Sie sich eher als Fondsberater, der Sie ja auch sind, oder eher als KI-Enthusiast, den ich am Telefon im Vorgespräch kennengelernt habe? Ich glaube, man kann nicht ganz weit. Man ist Fondsberater, muss ja auch den juristischen Dingen, den aussichtsrechtlichen Dingen Rechnung tragen, aber man sieht die Möglichkeiten, die KI bietet, die KI liefert und das eine schließt das andere nicht aus. Natürlich ist bei uns am Ende, muss der Asset-Manager den Kopf hinhalten, die Entscheidung treffen, aber natürlich ist die Entscheidung in den entsprechenden Portfolien von künstlicher Intelligenz getrieben, ganz klar. Was macht denn für Sie grundsätzlich die Faszination der künstlichen Intelligenz aus? Die Faszination ist für mich, dass man in so vielen Bereichen extreme Fortschritte erzielen kann. Mein Vorredner hat es ja bereits gesagt, in der Biotechnologie sehe ich gewaltige Möglichkeiten. Im Pharmabereich insgesamt, nicht nur Biotechnologie, Pharma insgesamt, aber auch viele andere Bereiche. Fällt mir da ein, hier werden wir gewaltige Veränderungen sehen und das ist das Spannende da dran. Und ich glaube, wichtig ist allerdings, dass man halt versucht, auch alle Menschen insgesamt mitzunehmen, jetzt mal weg von der Finanzbranche, dass man auch vielleicht die Angst, die sich ein bisschen aufbaut vor der Allmacht, der künstlichen Intelligenz, dass man das versucht abzubauen, dass man den Leuten das transportiert. Ich denke, wir liefern heute ja auch mit dem allgemeinen Wissen einen ganz guten Beitrag dazu. Und dennoch möchte ich immer wieder natürlich und muss auch, weil wir bei Donner und Räuschel sind, auf den Finanzbereich zurückkommen. Wo sehen Sie den Mehrwert speziell in dieser Branche? Also ich sehe den Mehrwert auch sehr, sehr stark. Das sind in den immer komplexeren Finanzmärkten, die sie da tatsächlich sind. Wir haben unglaublich schnelle Datenverarbeitungen. Informationen werden unglaublich schnell verarbeitet. Wir haben ja auch so ein bisschen die Self-fulfilling-Prophecy durch die passiven Instrumente, durch die Investitionen. Wir haben es ja vorhin gesagt, sieben Aktien treiben im Moment die Märkte, was auch ein Stück auf das, was ich gesagt habe, zurückzuführen ist, diese passiven Investments. Und der Mehrwert der künstlichen Intelligenz sehe ich natürlich auch sehr stark darin, Muster zu erkennen, zwischen Phasen von ruhigeren Marktphasen und mehr Turbulenz auch zu unterscheiden. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, Dinge zu analysieren, die wir mit dem menschlichen Auge, mit der menschlichen Wahrnehmung nicht mehr wahrnehmen können. Weil es einfach zu viele Datenmengen sind. Und da kann die KI, oder wird die KI enorme Hilfestellungen leisten und enorme Fortschritte erzielen. Das sind also einige Vorzüge, Vorteile, die Sie uns da geschildert haben. All das haben Sie zusammengefasst in einem Modell namens Topaz. Klingt ein bisschen wie der Bösewicht aus James Bond, aus dem Nächsten vielleicht oder so. Aber das ist was Gutes, was Sie da zusammengeführt haben. Und es ist, Sie setzen schon an, ich habe extra nochmal nachgeguckt, kein permanentes Trading-System. Was ist es dann, Herr Heimburger? Also Topaz ist im Grunde genommen und wird seit 2014 weiterentwickelt. Und da will ich mich auch nicht mit fremden Federn schmücken, sondern es ist eine Entwicklung unseres Partnerunternehmens Elan Capital. Bernhard Röck und Ralf Schühlein sind da federführend. Wir kennen beide extrem lange, seit 20 Jahren und haben das sehr spannend gefunden. Und wir haben Dinge gemeinsam vorangetrieben. Und Topaz ist einfach dafür gemacht worden, um Portfolien zu optimieren, um Risikomessungen oder Portfolien auf dem vorgegebenen Risikopfad zu führen. Denn es steht ja hinter jedem Portfolio immer ein Anleger, eine Anlegergruppe, die ein gewisses Risikomaß mitbringt, die eine gewisse Risikotoleranz mitbringt. 2022 haben wir das ja sehr schön erfahren, wie dann Risiko auch in vermeintlich sicheren Anlagen, ich rede von der Rentenseite, dann plötzlich zutage treten. Und Topaz steuert optimal oder steuert ein Portfolio optimal. Wie steuert Topaz dann dieses Portfolio? Wählt Topaz Einzelaktien aus oder ganze Märkte oder Regionen oder Themen oder Körbe? Nehmen Sie uns mit auf die Reise. Ja, sehr gerne. Topaz kann in den genannten Gebieten in allen operieren. Vorgabe ist immer ein Portfolio, das vorgegeben wird, ein Universum, das vorgegeben wird, ein sinnvolles Universum, das vorgegeben wird. Und dann übernimmt Topaz die Steuerung und bildet einmal täglich das optimale Portfolio. Also aktuell laufen im Prinzip sogar drei Mandate da drauf. Ein Mandat ist ein Aktienmandat. Interessanterweise Auswahluniversum sind Unternehmen, die einen hohen Umsatzanteil mit künstlicher Intelligenz erzielen. Und das ist ein Universum von rund 200 Aktien, vorausgewählt. Und aus diesen 200 Aktien bildet dann der Allokationsalgorithmus, Topaz, kein Bösewicht, bildet dann das optimale Portfolio. Das ist natürlich auch so programmiert, dass hier keine Blödsinsumsätze gemacht werden, dass die Portfolien auch Konsistenz haben. Meine 0,1 Verschiebung braucht kein Mensch. Das kann man sich ja vorstellen. Also es funktioniert auf Einzelaktien, aber immer mit einem vorgegebenen Portfolio. Und das ist ja auch sehr konsistent mit dem Vorredner, wo er gesagt hat, ja, der Nasdaq 100 ist ja nun mal ein sinnvolles Portfolio, das ja nicht mit einem Würfelbecher entstanden ist, sondern aufgrund der Erfolge der Unternehmen. Aber es kann genauso auf ein ETF-Portfolio, wo man sagt, hier Vorgabe, Welt, Aktienmärkte, Regionen, vielleicht noch Schwerpunkte zu legen. Und auch da bildet der Allokationsalgorithmus dann optimale Portfolien. Was war dann der Ausgangspunkt oder der Grundgedanke für diese Vorgehensweise im Rahmen dieses Modells? Sie müssen sich auf irgendwas gestützt haben und sagen, da fangen wir an. Ja, also der Grundgedanke war, dass man ja auch gesehen hat an den Märkten, dass Phasen mit hoher Volatilität relativ lange bestehen können. Aber genauso rum wieder Phasen, wo die Märkte ruhig laufen, lange ruhig laufen, viel länger als es die meisten vielleicht gemeinhin erfahren. Auch da wieder Analogie zu meinem geschätzten Kollegen, Vorredner. Und das einfach zu erkennen, das war ein Stück weit der Ausgangspunkt. Übrigens, die Dinge fußen auch auf die Arbeiten von Nobelpreisträgerern wie Engele, die das ja in den 1980ern schon ihre Nobelpreise dafür abgeholt haben. Aber vielleicht damals aufgrund der noch nicht vorhandenen Rechnerkapazitäten, das gar nicht so populär wurde. Heute können wir das mit unseren Rechnerleistungen. Das ist das eine. Und eben, es ist ein Turbulenzindikator integriert, der genau das versucht zu ermitteln. Wann sehen wir Turbulenzen an den Märkten, die auch anhalten? Dann operiert Topaz taktischer Natur. Und wann sehen wir einfach die schönen Wetterlagen, die lange bestehende Hochs, um dann eben strategischer Natur zu operieren. Hat vor allen Dingen Corona-Crash extrem gut funktioniert. Einen schnellen Abbau der Positionen, aber auch wieder einen sehr schnellen Aufbau, als das Modell gesehen hat, okay, das ist hier jetzt nicht eine lang anhaltende Bässe. Ja, wir wissen ja alle, wie schnell dann spätestens ab April 2020 die Märkte dort ja wieder durchgestartet sind. Und viele, die über Stop-Loss hinausgefallen sind, eigentlich gar keinen Fuß mehr in die Tür bekommen haben. Wenn ich Sie richtig verstehe, setzen Sie also hierbei auf wiederkehrende Muster. Sie haben von mal mehr wohler, mal weniger wohler gesprochen. Aber korrigieren Sie mich, falls ich das jetzt falsch zusammensetze wiederum. Das sind alles Dinge, die in der Vergangenheit sind. Aber meiner Erfahrung nach ist jeder Börsentag anders. Jeder Crash ist anders. Wir wissen eigentlich nicht, wie der DAX oder der Dow Jones oder die NASDAQ 100 in der nächsten Minute steht. Wie funktioniert das dann? Also keine KI kann in die Zukunft gucken. Keine KI kann sagen, ja, wir wissen genau, wie in drei Wochen der NASDAQ oder der DAX oder der S&P 500 steht. Schade eigentlich, oder? Das ist dann eher die Aufgabe der Kristallkugel. Haben Sie keine? Nein, noch nicht. Ich suche Sie noch. Nein, ich glaube, ja, Mustererkennung schon. Es sind immer noch Menschen, die an den Märkten operieren. Der Spiel von Gier und Angst ist da. Und der gestrige Börsentag beeinflusst ja auch sicherlich ein Stück den morgigen. Ich glaube, da gehen alle einig mit. Es gibt hier schon Dinge, die man sehen kann. Natürlich wiederholt sich Geschichte, wiederholt sich nicht. Aber sie reimt sich. Die reimt sich. Und ich glaube, das kann man hier ein Stück sehen. Es ist immer ein Stück anders, aber es fußt schon auch auf Muster, die immer wieder da sind, die natürlich auch in unserer, in der Natur des Menschen liegt. Auch egal, wenn hier KI oder was auch immer unterstützt. Es geht also im Kern um Risikomessung, Risikoanalyse, zusammenfassende Analysen, um eben sauber agieren zu können, um das Portfolio auch managen zu können. Wie viele dieser Handlungsempfehlungen, dieser Risikoempfehlungen spuckt dann Topaz am Tag aus? Kann man das so sagen? Ja, kann man sagen. Also Topaz läuft bei uns einmal am Tag quasi, gibt es eine Empfehlung. Und wie ich eingangs schon sagte, natürlich sind Grundprogrammierungen drin, dass hier nicht, ich sage jetzt, Blödsinn-Umsätze gemacht werden, sondern dass es auch im Rahmen von einer Handelbarkeit da ist. Das ist das Entscheidende. Es wird also einmal auf Schlusskursbasis gerechnet, die Portfolien gerechnet und dann damit eine klare Empfehlung gegeben. Darf denn Topaz aus Zeit oder auch Effizienzgründen hier und da auch mal selber eine Entscheidung treffen? Nein, also es wird nicht automatisch die Order an die Börse oder an den Broker weitergeroutet, sondern da ist schon noch der Faktor Mensch dazwischen geschaltet, einfach um die Rechenprozesse auch zu überprüfen, zu sagen, ist das konsistent oder ist da irgendein Fehler mit drin. Und natürlich auch hier aufsichtsrechtliche Dinge zu berücksichtigen, dass hier nun wirklich auch der Auftrag erteilt wird von einem Portfolio-Manager, der die Verantwortung dafür hat. Wir sind outgesourcester Manager. Wie ich schon gesagt habe, wir halten dafür eingangs bei der ersten Frage, wir halten den Kopf hin. Und so sollte es irgendwo auch sein, dass ich das weiterentwickeln kann. Bin ich überzeugt davon. Im Moment ist es so, der Mensch ist noch derjenige, der auf den Knopf drückt oder nicht. Aber wo, an welcher Stelle entsteht dann der entscheidende Vorteil, wenn man mit Ihrem Modell arbeitet? Der entscheidende Vorteil entsteht wirklich darin, dass es eine klare Handlungsempfehlung für den Portfolio-Manager gibt, für den Fonds-Manager gibt, dass eben die enorme Datenarbeit im Hintergrund gemacht wurde, dass die Auswertungen gemacht wurden, dass eben Risikomessungen gemacht wurden. Ich nannte den Turbulenzindikator. Aber dieser Turbulenzindikator ist auch so geschaltet, dass der Friktionen einzelner Asset-Klassen untereinander misst, die wir am Anfang gar nicht wahrnehmen. Ja, ich staune dann oft. Man hat ja nun so auch ein bisschen die zwei Herzen in der Brust. Man ist der Oldschool-Manager. Aber man betrachtet es und sieht, okay, was baut sich da zusammen? Sehe ich nicht, fühle ich im Moment noch nicht. Und es entwickelt sich dann doch. Ein bisschen Fishing for Compliments. Ich sehe alles, nur kein Oldschool-Manager, Herr Heimburger, hier mir gegenüberstehen. Sie sind da sehr weit vorn und arbeiten damit schon eine ganze Weile, wie Sie angedeutet haben, und setzen das ja auch konkret in diversen Portfolios um. Somit haben Sie reale Erfahrungen in den entsprechenden Szenarien, egal ob es nach oben oder unten geht. Berichten Sie uns von diesen Erfahrungen, vielleicht auch mit konkreten Beispielen, dass wir es noch ein Stück weit besser begreifen können. Ja, sehr gerne. Ich komme nochmal auf das eine Beispiel zurück mit der Steuerung eines Fonds, die ja das Universum eben Unternehmen sind, die einen erheblichen Anteil ihrer Umsätze schon mit KI machen. Also das sind natürlich im Universum die einschlägigen Kandidaten wie Nvidia, wie Microsoft, um mal zwei zu nennen, eine Apple und so weiter. Aber natürlich auch schon sehr breit in die Bereiche Pharma, Biotech hineingehend. Und da war die Prämisse von dem Mandatsgeber, eben etwas Wohler rauszunehmen, die in der Vergangenheit den Fonds gerade in Drawdowns an den Märkten überproportional stark getroffen hat und zwar in den Upside-Momenten gut mitgekommen ist. Aber genau das war auch ein bisschen ein Hinderungsgrund für weitere Investitionen und von weiteren Investoren. Und das ist noch jetzt keine extrem lange Historie, sondern erst seit dem 1. September 2022 wird das eingesetzt. Aber seither hat es diese Vorgabe sehr, sehr gut erfüllt. Die Drawdowns, die wir ja dann nochmal im Herbst gesehen haben, gerade in den Tech-Titeln, konnten sehr gut ausgeglichen werden. Und trotzdem jetzt in dem deutlichen Anstieg jetzt im Jahresverlauf 2023 sind die Ergebnisse sehr vorzeigbar. Abschließend eine fast philosophische Frage. Sie haben ja gesagt, wir achten darauf, dass keine Blödsinsumsätze, so haben Sie es, glaube ich, genannt, getätigt werden. Der Mensch guckt da noch drauf. Die Frage lautet, halten Sie es für möglich? Die KI lernt ja dazu tagtäglich und lernt womöglich, hey, wenn ich mich selber zum Kauf empfehle, wenn ich Aktie XY aus dem Tech-Bereich zum Kauf empfehle, stärke ich diese Unternehmen, stärke ich damit mich selbst als KI und entwickelt sich dann aus sich selbst heraus? Oder ist das jetzt ein bisschen zu Science Fiction, was ich da frage? Naja, das wäre ja dann die absolute Self-Fulfilling-Prophecy. Keine Frage. Nein, ich glaube, am Ende des Tages wird das Unternehmensergebnis, das erzielt wird, die Basis sein, zum Beispiel für eine Aufnahme in Index. Das ist ja, wie ich gesagt habe, nicht mit einem Würfelbecher entschieden. Das heißt, der Erfolg eines Unternehmens und der Erfolg, der sich in den Zahlen messen lässt, wird immer die Grundlage sein, dass es Phasen von Hypes gibt. Man kann jetzt lange darüber reden, ob jetzt 4 Milliarden mehr Quartalsumsatz bei einer Nvidia 200 Milliarden mehr Market Cap rechtfertigt. Lass ich mal philosophisch dahingestellt. Aber ja, es wird sich dynamisch weiterentwickeln. Aber ich glaube, dass auch zukünftig, und darauf geht es ja auch ein bisschen, die Symbiose zwischen der Technologie, zwischen der Weiterentwicklung, künstlicher Intelligenz, aber trotzdem auch dem Menschen, dem Fondsmanager, da sein wird. Und auch da, und darf ich nicht vergessen, man muss die Investoren mitnehmen. Man muss alle Investoren mitnehmen. Und das erfordert, glaube ich, nach wie vor Menschen wie uns. Herr Heimburger, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns auch auf Ihre Reise mitgenommen haben. Da passiert ja noch wahnsinnig viel, aber an dieser Stelle haben wir eine Menge von Ihrem täglichen Doing gelernt und finden das klasse, dass Sie uns daran teilhaben lassen. Auch Sie sehen wir nachher wieder in der Panel-Diskussion. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Tja, damit wollen wir auf unseren dritten Gast genauer schauen. Der sieht nämlich die künstliche Intelligenz als klassisches Anlagethema. Daher ja auch bereits das erwähnte Motto, investieren in die Gewinner des Wandels. Und genau das wollen wir jetzt besprechen. Ebenso in den kommenden rund 15 Minuten mit Johannes Ries, Gründer und Analyst von Apos Capital. Schön, dass auch Sie zu uns nach Hamburg gekommen sind. Herr Ries, immer doch schöner, sich persönlich zu treffen und sich zu unterhalten. Sie haben in einem Ihrer jüngsten Newsletter, den ich gelesen habe, die künstliche Intelligenz als nächste große technische Revolution bezeichnet. Woran machen Sie das fest? Herr Franek, das machen wir daran fest, dass man kann sagen, die künstliche Intelligenz, gerade jetzt generative AI, so ein bisschen mit Schlagwort Generative, JetGPT, aber es gibt ja hunderte generative AI-Lösungen und es kommen täglich neue hinzu. Der Inflection Point, um das mal neudeutsch zu sagen, für das ganze Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz generell, gab es ja schon immer, aber jetzt gibt es ganz neue Möglichkeiten. Die Aufmerksamkeit ist gestiegen und das wird das ganze Thema vorantreiben, auch das ganze Thema Digitalisierung, was wir eh schon als einen großen Megatrend gesehen haben. Und künstliche Intelligenz braucht Daten, deswegen wird es auch das Internet der Dinge vorantreiben. Es braucht Sicherheit, Verifizierung, deswegen wird es auch das Thema Blockchain vorantreiben. Und gerade Dinge wie JetGPT, das neue Inhalte erzeugen kann, wird auch Themen wie virtuelle Realität vorantreiben. Also alles, was Digitalisierung ist, auch viel mehr Daten gehen über die Cloud, wird durch künstliche Intelligenz und den Schub, den wir jetzt durch JetGPT und generative AI bekommen haben, sich deutlich beschleunigen und damit viele Chancen für Investoren eröffnen. Welche Bereiche unseres täglichen Lebens werden denn davon besonders profitieren oder besonders davon beeinflusst werden? Das wird sehr mannigfaltig sein. Beim iPhone hat man ja auch am Anfang gedacht, das kann nur ganz wenige Dinge und inzwischen gibt es ja fast nichts, was man in der App lösen kann. So ähnlich wird das mit AI auch sein, aber wir werden ganz anders lernen in Zukunft. Also wie der Taschenrechner in Mathematik im kleinen Stil so ein bisschen mein Schulleben verändert hat, wird die generative AI das Lernen revolutionieren. Höchstwahrscheinlich wird das gesprochene Wort wieder wichtiger, weil geschriebenes Wort stark mit generativer AI beeinflusst werden wird oder erstellt wird. Es wird Dinge, wenn ich was plane im privaten Bereich, dann wird mir die generativer AI helfen, die Renovierung meiner Wohnung zu planen, anschließend den Handwerkern zu finden und das Material günstig zu besorgen. Wir werden ganz viel mehr neue Inhalte sehen. Es wird neue Musik und Filme geben, die von generativer AI erstellt werden. Man muss aber auch sich umstellen, dass man gerade Bildern und Filmen nicht mehr so glaubt, weil generative AI ist natürlich auch sehr dafür geeignet, die Fake News zu optimieren. Und damit muss man noch viel kritischer mit dem umgehen, was man irgendwie aus den Medien hört, was vermeintlich sehr echt aussieht. Also das ist die Spitze des Eisbergs, weil wie immer, wenn es eine neue Technologie gibt, ist der Mensch sehr erfindungsreich und wird ja auch dabei wieder von KI unterstützt. Wir werden auch viele Anwendungen sehen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können, einschließlich neue Geschäftsmodelle von auch vielleicht neuen Unternehmen, die an die Märkte kommen, sehr erfolgreich sein werden. Sie arbeiten ja als ganz klassischer, fundamental orientierter Investor, haben sage und schreibe um die 500 Unternehmenskontakte im Jahr, auch als Team. Inwieweit befassen sich denn die Unternehmen, die Sie treffen, bereits mit dem Thema KI? Ich meine, das sind schon eine ganze Menge, aber vielleicht weniger, als wir glauben. Sie haben noch ein paar Zahlen sicherlich. Ja, das sind sehr viele. Also auch schon vor JetGPT haben wir fast in jedem Unternehmenskontakt über KI gehört. Aber KI, die mehr auf strukturierte Daten aufsetzt hat, so was man zum Beispiel von den Maschinen, von Internet der Dinge auslesen kann, unter dem Stichwort Industrie 4.0, um Automatisierung voranzutreiben, die Logistikketten zu optimieren und, und, und. Aber die generative AI, das JetGPT-Thema, stößt dieses Thema natürlich jetzt ganz neu an. Es gab eine Umfrage von der Bitkom, das ist ja die Fachorganisation des Hightech-Verbands in Deutschland, dass 40 Prozent der Unternehmen glauben, das wird ein JetGPT war der Anstoß für einen Riesenschub der Digitalisierung. Und dass ein Großteil der Unternehmen, das sind glaube ich über 80 Prozent, glaubt, dass in den nächsten fünf Jahren das für Unternehmen eine sehr große Bedeutung haben wird. Und dass 40 Prozent der Arbeitsstunden, die jetzt geleistet werden, damit beeinflusst werden. Weil JetGPT oder generative AI hauptsächlich das Wissen der hochqualifizierten Arbeitsplätze rationalisieren und verändern wird, im Gegensatz zur Rationalisierung der Vergangenheit, die ja mehr in der Fertigung stattgefunden hat. Lässt sich denn der Effizienzgewinn durch den Einsatz von KI und damit auch in möglicher Produktivitätszuwachs schon heute in irgendeiner Form verifizieren, auch da mit Zahlen unterlegen oder mit Erwartungen zumindest? Es gibt Zahlen. Natürlich ist manches noch Erwartung, gebe ich Ihnen recht. Aber es gibt Schätzungen, dass, ich glaube, von kurzem kam das von Goldman Sachs heraus, dass die Wissensarbeiter, also nehmen wir jetzt einen Journalist oder sei es ein Forscher, dass die Effizienz der Wissensarbeiter um 35 Prozent steigen wird. McKinsey hat gerade, glaube ich, letzte Woche eine aktuelle Studie herausgebracht über den Produktivitätsgewinn durch künstliche Intelligenz, hauptsächlich generative AI. Die gehen davon aus, das ist natürlich gewisse Annahmen getroffen, und die sind recht konservativ, sagen die sogar noch, dass ein jährlicher Produktivitätszuwachs weltweit von 2,6 bis 3,1 Billiarden möglich ist. Das entspricht ungefähr dem Sozialprodukt von Großbritannien als Zuwachs pro Jahr. Also das zeigt, das, was generative AI auslöst und damit den ganzen Schub der Digitalisierung kann einen erheblichen Wachstumsschub für die ganze Welt bringen. Interessanterweise vielleicht sogar mehr für die entwickelten Staaten als für die Entwicklungsländer, weil es, wie gesagt, das Wissensmanagement oder die Wissensarbeiter betrifft, die dort mehr ausgeprägt sind. Und damit einen deutlichen Wohlstandsschub bringen kann und damit eigentlich auf der einen Seite Arbeitsplatzverlust bringen kann, was von vielen als Risiko gesehen kann, aber auch durch schweres Wachstum, höhere Nachfrage und natürlich auch Dinge, die mit KI verbunden sind. Man muss ja KI auch managen und kontrollieren, viele neue Arbeitsplätze schaffen wird. Was schlussfolgern Sie jetzt dann daraus für die Unternehmensbewertungen? Eben jetzt. Wir sind im Juni des Jahres 2023. Wir haben von Herrn Gumm gehört, wie die Entwicklung der letzten Monate war, nämlich explosionsartig nach oben Kursgewinne ohne Ende bei vielen Tech-Unternehmen. Da scheint also der Markt diese Entwicklung einzupreisen. Und daher die Frage an Sie, was bedeutet das für die weitere Entwicklung der Aktienkurse, wenn KI noch mehr in die Produktionsprozesse eingebunden wird? Generell, wie gesagt, höheres Wachstum, ist immer gut für die gesamte Volkswirtschaft, bessere Gewinnentwicklung, generell gut für die Börse. Aber im Speziellen natürlich die Gewinner aus dem ganzen Thema, die Unternehmen, die die Technologie liefern, die diese auch intelligent umsetzen und sich damit auch flasch vom Wettbewerb abheben. Für die sehe ich, ähnlich wie meine Vorredner, noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir investieren ja in die Gewinner des Wandels. Wir haben festgestellt, dass die echten Gewinner aus dem Wandel, nehmen Sie mal eine Apple, das waren 20 Jahre von Pleiteunternehmen bis zum wertvollsten Unternehmen der Welt, das waren 10 Jahre, wo man das iPhone vorgestellt hat, bis man das wertvollste Unternehmen der Welt geworden ist. Nehmen Sie eine SAP in den 90er Jahren, die die Standardsoftware-Unternehmen eingeführt hat. Der Kurs hat sich in 10 Jahren, und das ging über die ganzen 10 Jahre, die ganzen 90 Jahre, verhundertfacht. Und so wird es auch bei vielen der Gewinne aus KI sein. Und deswegen, wir als jemand, der genau solche Unternehmen sucht, die die Gewinner des Wandels sind, wir sehen ein nie besseres Feld für uns, für unseren Investmentansatz vor uns liegen. Und wir glauben auch, das wird noch sehr, sehr lange tragen und vielleicht schon weit über das Jahrzehnt hinaus Unterstützung geben als Investoren und viele interessante Investitionsmöglichkeiten eröffnen. Machen Sie es noch ein Stück konkreter, Investmentchancen, weil wir sind hier auch in einer Runde und haben viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die natürlich auch schauen, wie sie die Portfolien strukturieren, wie sie vielleicht auch für die Kunden einkaufen. Wo sehen Sie Investmentchancen? Nehmen Sie uns ein Stück weit mit, bitte. Investmentchancen sehen wir natürlich bei den Unternehmen, die hauptsächlich auch Zulieferer sind. Es ist ja oft schwer, wir gehen ein bisschen oft nach dem Motto, wir kaufen lieber die Chipnazi-Minen. Und wer jetzt vielleicht nachher der bessere Anwender ist im Industriebereich von KI, ist manchmal schwer zu erkennen. Wir glauben doch, den einen oder anderen identifizieren zu können. Aber eins ist klar und das ist auch, das ist für uns ein echter Investitionsschwerpunkt schon vorher gewesen, weil wir die Branche als Gewinner der Digitalisierung gesehen haben. Durch den starken Schub, den KI jetzt bekommt, wird die Menge an Daten explodieren. KI muss gefüttert werden, KI produziert jede Menge neue Daten und KI braucht sehr viel Rechnerleistung. Und man braucht auch sehr viel Kommunikationsleistung, um diese Daten von A nach B zu übertragen. Also mit anderen Worten, wir brauchen einen Riesenbedarf an Halbleitern. Also die Halbleiter und die Ausrüster davor sogar, die ermöglichen, dass die Halbleiter produziert werden können. Das sind auf jeden Fall potenzielle Gewinne der Digitalisierung generell schon, aber jetzt insbesondere der KI. Und deswegen glauben wir, dass Halbleiter eine deutliche Wachstumsbeschleunigung sehen werden. Wo noch on top kommt, das Thema Taiwan, China, löst ja im Moment auch noch Investitionen geopolitisch bedingt in weitere Kapazitäten aus, was diesen Equipment-Herstellern zusätzlich on top nochmal einen großen Schub gibt. Gestern zum Beispiel die Meldung, Intel wird 30 Milliarden in Deutschland investieren. Also wir, das ist ein Beispiel, aber eins, wo wir ganz besonders Wert drauflegen und auch relativ hohes Gewicht fahren, ist das Thema Halbleiter im KI-Bereich. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten, Softwareunternehmen, die geschickt KI einsetzen. Man kann auch viel schneller und gerade einfache Codes mit KI entwickeln, mit generativer AI, werden einen Wettbewerbsvorteil haben. Wer Lösungen anbietet für Unternehmen, die gucken, wie stelle ich mich auf im KI-Zeitalter, als Berater, der ist gut aufgestellt, dann haben wir ein, zwei Unternehmen auch bei uns im Portfolio und auch im Biotech-Bereich zum Beispiel. Wir haben eigentlich drei Investitionsschwerpunkte, weil wir dort die meisten Veränderungen sehen. Das ist Technologie naheliegend, das ist Industrie, da auch viele Anwendungen, hauptsächlich im Automatisierungsbereich und vor dem Hintergrund der Deglobalisierung, die wir teilweise sehen, auch geopolitische Risiken, um es wieder zu nennen. Und natürlich im Gesundheitsbereich auch angestoßen durch das Thema Covid und durch die Möglichkeiten, dass man mit KI dort auch viel schneller neue Medikamente entwickeln kann. Der Impfstoff gegen Corona wurde nur durch den Ansatz von KI so schnell entwickelt. Und deswegen sehen wir auch dort viele Möglichkeiten, das Thema künstliche Intelligenz und Digitalisierung bei dieser Branche indirekt zu spielen. Gibt es denn auch KI-Gewinner vielleicht aus einer Ecke, wo man es gar nicht erwarten könnte? Wo man sagt, na klar, wir haben jetzt ja hier einige Unternehmen vorhin auch schon genannt, sollen ja übrigens auch keine Empfehlungen sein, aber die Namen sind gefallen. Natürlich wie Apple, wie Microsoft, wie Nvidia sowieso, Adobe ist glaube ich noch nicht gefallen, zählt da sicherlich aber auch mit rein. Aber gibt es irgendwo in irgendeiner Ecke eine Branche, vielleicht auch Unternehmen, wo Sie sagen, diese KI-Gewinne haben wir vielleicht noch nicht so auf dem Schirm? Es gibt auch viele, wo die Leute erstmal denken, das sind Verlierer der Geschichte. Zum Beispiel, es gibt ein Unternehmen, das ist der größte Anbieter von Kundenbetreuung, also von Call-Sendern, das ist ja eigentlich heute viel mehr, das geht ja auch viel über E-Mail und über Chatbots und, und, und. Die haben 400.000 Mitarbeiter und der Kurs ist seit ChatGPT nach draußen, ist nur unter Druck. Die machen ja zum Beispiel nächste Woche eine eigene Veranstaltung, wo sie genau darstellen, wie sie diese Technologie schon in der Vergangenheit nutzen und in Zukunft auch produktiv einsetzen. Man muss oft zweimal hingucken und der potenzielle Verlierer ist oft ein Gewinner. Oder im Halbleiterbereich, die Ecke, wo man eigentlich sagt, ja, das ist eher so ein Randbereich, wo man im Schluss die Chips verpackt, also der Weaver ist schon fertiggestellt, das sogenannte Backend. Das gewinnt durch das Thema Künstliche Intelligenz, nochmal einen deutschen Schub, weil man viele dieser KI-Chips auch anders packaged, wo man auch viele Dinge, ein Speicherschip zum Beispiel oder zwei oder drei Prozessoren auf einem Chip zusammenbringt und das nennt man Advanced Packaging oder Morse and Morse Law, weil dieses Schrumpfen der Chips und die Leistungsfähigkeit zu machen immer teurer wird. Deswegen ist dieser, ja so ein bisschen hässliche Endline-Bereich vielleicht einer der ganz großen Gewinner, nach vorne gesehen, das KI-Thema. Und das Spannende ist, wir haben in Europa einige sehr gut positionierte Player in diesem Bereich. Sie setzen natürlich all diese Ideen und Anregungen auch in einem eigenen Fonds um. Sie haben jetzt gerade ganz am Ende im letzten Satz auch Europa erwähnt, weil Sie sich da sehr stark darauf fokussieren. Erklären Sie uns ein bisschen mehr, wie die Portfolio-Struktur, die Zusammensetzung ausschaut. Sie können natürlich jetzt sagen, Sie investieren in Wandel. Warum sind Sie nicht in den USA wie der Vorredner oder warum sind Sie nicht in Asien? Nein, aber wir sind fundamentale Analysten. Wir wollen also mit den Unternehmen sprechen, weil trotz aller Digitalisierung, trotz aller Technologie der Manager immer noch das Wichtigste ist. Also das kann ich aus 35 Jahren Erfahrung sagen. Ein guter Manager kann einen riesigen Unterschied machen, wie ein guter Trainer beim Fußballverein. Und wir wollen einen direkten Kontakt zu Unternehmen haben. Wir wollen die Werttreiber verstehen. Wir wollen die Strategie nachvollziehen. Und Sie sind halt als kleiner Anbieter zu weit weg, um in den USA wirklich so nahe ein Unternehmen. Sie sind immer das fünfte Rad am Wagen und in Asien genau das Gleiche. Sie treffen die Unternehmen nicht, denn äußerst selten in Europa. Wie gesagt, wir machen über 500 Unternehmenskontakte. Wir sehen unsere Unternehmen jetzt virtuell sogar noch öfter als früher. Und da fühlen wir uns einfach wohler, da können wir besser schlafen. Und das Spielfeld ist mit 3000 Unternehmen oder so groß genug. Und da gibt es sehr viele interessante Unternehmen, die direkt und indirekt auch genauso von diesem Trend profitieren. Und wie gesagt, wir haben die Schwerpunkte Industrie, Gesundheit und insbesondere Technologie, wo wir in Europa auch sehr viele interessante Unternehmen finden. Wie gesagt, auch sehr oft indirekt die Trends spielen. Und das ist funktioniert. Unser Fonds, den es jetzt zwölf Jahre gibt, das ist der Abus Capital Revalue Fonds. Mit gewissen Schwankungen hat er immerhin knapp 12 Prozent per annum nach Kosten. Ohne Währungsrisiko, was sie natürlich nicht haben, wenn sie nur in Europa mit kleinen Dingen, wenn sie ein bisschen Skandinavien mal rausrechnen, verdienen. Und ich glaube, das kann sich sehen lassen. Also 12 Prozent per annum, das ist in der Tat was, was ich sehen lassen kann. Und wir müssen auch hier jetzt zum Schluss kommen. Die Viertelstunde ist vorbei. Schlussfrage, wie wird KI ihre Arbeitsweise, ihren Arbeitsalltag beeinflussen? Wir haben einiges auch von den Vorrednern gehört, die schon ein bisschen aus ihrer Sichtweise gesprochen haben. Wie würden Sie das für sich formulieren wollen? Da wird sich was ändern, ganz bestimmt. Also ich bin, wie ich sage schon lange, meine Arbeitsweise hat sich auch dramatisch geändert. Am Anfang gab es kein Internet. Da gab es nur noch mal einen DAX, als ich angefangen habe. Die Geschwindigkeit war viel langsamer. Die Geschwindigkeit wird sich noch mal erhöhen. Wir werden sicher beim Screening, also die richtigen Aktien zu finden, die wir uns tiefer angucken, KI nutzen. Wir werden sicher bei der Analyse der Daten und der Vorbereitung der Gespräche mit den Unternehmen das nutzen. Wir werden auch zur Erstellung von Berichten das nutzen, bin ich mir ziemlich sicher. Und auch dem Thema ESG, welche Unternehmen könnten unter ESG problematisch sein, welche sind da besser für uns, wenn wir mehrere zur Auswahl haben, wird das ein Thema sein. Wir sind gerade dabei, eine Kooperation mit einem Softwareanbieter aufzusetzen, der ein solches Produkt entwickeln will. Auch Schwerpunkt ESG, aber auch für die ganze Portfolio Management. Und wir sind einer der Testpiloten, wenn ich mal sagen will. Also wir werden demnächst auch KI aktiv nutzen bei uns im Unternehmen. Dann sage ich herzlichen Dank an den Testpiloten Johannes Ries, auch für Ihre Schilderungen hier und heute in dieser Asset Manager Presentation. Dankeschön. So, meine Damen, meine Herren, die Runde ist durch. Viermal Runde, 15 Minuten haben wir jetzt gehört von all unseren Gästen. Und ich habe es eingangs erwähnt. Selbstverständlich dürfen Sie Ihre Fragen stellen in den Chat hinein. Mich erreicht das dann über das iPad. Ein bisschen was ist auch schon reingekommen und das Set ist größer geworden, wenn ich das so sagen darf. Denn ehe wir jetzt eben alle Einzelnen besprochen haben, werden wir jetzt mit allen Herren reden. Alle drei sind jetzt hier und Timothy Meixner wird, wenn er hoffentlich gewartet hat, jetzt auch wieder zugeschaltet sein. Jawohl, da ist er. Das freut mich sehr. Und ich habe eingangs versprochen, meine Damen, meine Herren, dass wir noch etwas genau auf die gerade zu Ende gegangene KI-Konferenz von Meta in Paris zu sprechen kommen wollen. Dann würde ich die Frage rüber zu Sie, zu Ihnen spielen wollen, an Sie richten wollen. So ist die richtige Formulierung, Herr Meixner. Was war für Sie ganz besonders spannend in Paris? Es ist für mich zu sehen, dass Meta sich scheinbar wirklich jetzt dazu entschlossen hat, hier ein Open-Source-Modell zu fahren. Also es wurde ein neues Modell vorgestellt, dieses iJPA-Modell, was an sich schon mal revolutionär ist. Ich kann dazu gerne gleich noch mehr sagen. Aber an sich finde ich noch viel bemerkenswerter, dass es wirklich jetzt eine eindeutige Message auch ist an die EU, an Europa. Es wurde explizit in Paris vorgestellt, was ich schon mal sehr schön finde, weil wir in der EU ja mit den Regulierungen und so weiter aktuell ein Thema haben. Und Meta versucht hier wirklich zu sagen, wir stehen komplett hinter dem Open-Source-Software-Pakt und steht damit schon ziemlich im Gegensatz zu den anderen Unternehmen, wie eben Google, die aktuell mit BART in der EU noch gar nicht vertreten sind, weil sie eben sagen, wir haben da gewisse Bedenken gegenüber den DSGVO etc. Also das war auf jeden Fall für mich das eigentlich überraschendste und die positivste Überraschung an sich. Über JPA. Ich habe da nur Überschriften gelesen und gesehen und es so verstanden, dass JPA anders als ChatGPT in kompletten Bildern denkt und eben nicht nur in einzelnen Worten oder auch Sätzen. Was wären denn die Vorteile dieser Idee? Genau, also das muss man sich in etwa so vorstellen. Ich hatte in meinem Vortrag gesagt, dass die Standard-Transformer-Modelle oft versuchen, wie die Tastatur auf dem iPhone zum Beispiel, Vorhersagen zu treffen. Welches Wort folgt als nächstes? Und bei JPA handelt es sich um einen Image-Transformer, wo versucht wird, eben eine fehlende Information von einem Bild zu rekonstruieren. Also beispielsweise, wenn jetzt ein Abschnitt von einem Bild nicht vorhanden ist, versucht JPA, das Bild zu analysieren und es zu rekonstruieren. Dabei ist der Unterschied zu den Projekten von Photoshop beispielsweise, also Adobe, dass nicht auf die einzelnen Pixel eingegangen wird, wie normalerweise das der Fall wäre. Also normalerweise, wenn ich jetzt ein fehlendes Stück in einem Bild hätte, dann würde die KI versuchen zu analysieren, welche Pixel umgeben denn dieses Loch in meinem Bild. Und versucht dann nach Wahrscheinlichkeitsrechnung und so weiter zu überlegen, welche einzelnen Pixel müssen wir generieren, damit das Loch gefüllt wird. JPA versucht jetzt vielmehr auf einer semantischen Ebene das Bild zu analysieren. Das bedeutet, es segmentiert gewissermaßen die einzelnen Subjekte auf dem Bild. Also wenn beispielsweise ein Auto auf einer Straße ist, dann erkennt das Modell, es handelt sich um ein Auto, es handelt sich um eine Straße und vergibt quasi Klassen, so kann man sich das vorstellen. Und durch diese semantische Segmentierung, in denen dann mehr oder weniger in Objekten gedacht wird, fällt es dem Modell leichter zu erkennen, wie die Zusammenhänge der einzelnen Elemente auf dem Bild sind. Und wenn dann gegebenenfalls etwas fehlt, kann es sich aus dieser Logik und den Trainingsdaten, die das Modell natürlich auch hat, versuchen zu generieren, was da jetzt logischerweise existieren sollte, wenn das Bild vollständig wäre. Also es wird oft beschrieben als menschenähnlich. Und das liegt einfach daran, wenn ich jetzt beispielsweise zu Ihnen sagen würde, denken Sie an einen Golden Retriever, dann denken Sie an irgendeinen Golden Retriever. Sie haben ein Bild vom inneren Auge, Sie kennen die Farbe, Sie kennen ungefähr die Rasse, aber Sie haben kein konkretes Bild. Und das ist eben, was Japer auch versucht. Es versucht durch diese abstrakte Lösung von diesem Problem mehr oder weniger auch Ressourcen zu sparen, indem man sagt, wir bewegen uns jetzt nicht auf dieser granularen Ebene und versuchen Schritt für Schritt jeden Pixel einzeln zu generieren, sondern wir sagen ganz grob, ich weiß, wie ein Hund aussieht. Hier auf diesem Bild fehlt beispielsweise das rechte Ohr, aber da ich weiß, wie ein Golden Retriever aussieht, weiß ich, was hier ungefähr hinkommen würde. Und ich kann einzelne Elemente innerhalb des Bildes analysieren und erkennen und somit weiß ich auch, hier ist jetzt beispielsweise ein Baum und das Ohr von dem Hund muss dementsprechend vor dem Baum sein, weil der Hund vor dem Baum sitzt und das ist eben, was Meta jetzt mit diesem Modell versucht. Spannend, wirklich spannend. Da geht also was. Herr Gumm, wir haben es jetzt von Meta gehört, über ChatGPT haben wir sowieso schon gesprochen. Auch andere Unternehmen arbeiten fieberhaft an eigenen Lösungsmöglichkeiten, an eigenen Modellen. Wird es so etwas wie eine Art Wettstreit vieler guter Modelle geben oder wird es am Ende nur das eine beste Modell geben? Was glauben Sie? Ich glaube, dass es sehr vergleichbar ist mit dem Einzug von Quantenmodellen vor 20 Jahren. Jeder hat immer gute Phasen. Wenn ich mal an Renaissance Technology denke, man hat immer einen super Einstieg gehabt, nach sehr viel Entwicklungsarbeit und ist dann aber auch in eine Phase gekommen, wo seine Modelle wieder weniger funktionieren. Das, was ich auch schon angesprochen habe, ist immer das Domain Knowledge, was du mit einer Technologie verknüpft. Das ist immer dein Ansatz. Und der Startschuss, ich sage mal, für die zweite Generation der KI-Modelle ist jetzt gefallen und es wird sicher spannend. Und diejenigen, die den besten Ansatz haben, werden die höchsten Performances und Renditen für die Anleger einfahren. Und darum geht es eben halt genau, die zu finden. Herr Heimburger, die erste Frage ist gekommen, aus den Zuschauerfragen herausgenommen. Und zwar haben wir ja jetzt einige Werte erwähnt und ich muss es nochmal betonen, es sind keine Empfehlungen natürlich, aber es gibt die Großen, die NVIDIAs dieser Welt, die zuletzt extrem gut gelaufen sind, Microsoft, Apple sowieso. Wie groß ist die Gefahr, dass die großen Unternehmen, die vermeintlich wichtigen Anbieter von KI-Lösungen, das ganze Kapital aufsaugen und immer stärker, immer größer werden, wie so ein schwarzes Loch und die Kleinen leer ausgehen? Ich glaube, ich habe am vergangenen Freitag die Großen genannt, die Staubsauger, Geldstaubsaugerunternehmen im Moment. Es ist natürlich so, auch darüber, dass wir das ja über die ETFs dann das Geld dahin transportiert wird. Ja, die Gefahr ist da. Ob es als Gefahr zu bezeichnen ist oder ob es halt einfach ein Fakt ist, sei mal dahingestellt. Aber es wird im Zeitablauf viele Unternehmen geben, die eben mit ihren KI-Anwendungen in der Praxis wirklich auch Sprünge machen und am Ende ist es wieder die G&V und die Bilanz. Ich sage immer, der Kontoauszug eines Unternehmens lügt nicht. Das ist ganz Entscheidende, was wir sehen werden und da wird sich materialisieren, ob die Anwendungen erfolgreich sind. Und ich sage jetzt mal, ohne dass ich der große Experte bin, Nvidia hat ja noch nicht einen Buickraben wie Apple. Das heißt, die anderen Chip-Hersteller werden vielleicht aufrüsten, ein Stück nachholen. Also ein Buickraben von Apple, meine ich, ist ja die Kundenbeziehung, ja, den Kultstatus zu haben. Also da können sich Veränderungen ergeben in der Werthaltigkeit eines Unternehmens. Da kann ich mir vieles vorstellen. Aber ganz klar, ich meine, wir haben gesehen, auch in den letzten zehn Jahren, dass die Großen relativ konsistent in den Top Ten des Nasdaq 100 geblieben sind. Und ich glaube nicht, dass sich das dramatisch verändern wird. Es mag immer welche Raketen geben, die da reinschießen. Das ist Zukunft, wir wissen es nicht. Eine Frage an Sie, Herr Ries. So ein bisschen ist sie, glaube ich, vorhin fast schon beantwortet worden. Aber ich will da nochmal nachstoßen, da Sie ja sich spezialisiert haben, auch auf europäische, auf deutsche Unternehmen und diese Unternehmenskontakte ja auch haben und pflegen. Sticht da irgendein Land heraus, irgendeine Region heraus, irgendein Unternehmen heraus, wo Sie sagen, da konzentrieren wir uns besonders stark drauf? Und das ist die Frage, die Suche sozusagen auf unserem Kontinent nach KI-Gewinnern. Wie sieht die aus? Ja gut, wir standen ja nicht bei Null. Wir kennen ja viele Unternehmen und sehen auch ungefähr, in welche Richtung die profitieren könnten. Wie gesagt, diese Halbleiter-Geschichte war ja schon vorhin unserem Fokus gewesen. Wo natürlich sicher relativ viel Innovation ist, ist Skandinavien. Die sind ja auch, Sie kennen ja die berühmte Karte, Digitalisierung ist in Skandinavien ganz weit fortgeschritten. Da wird schon seit zehn Jahren kaum noch mit Bargeld bezahlt, bis runter nach Italien. Und der Spanien nimmt das immer mehr ab. Und da sind sicher auch die innovativsten und am schnellsten reagierendste Unternehmen. Aber wir finden eigentlich in vielen Regionen interessante Unternehmen. Und wie gesagt, dieses Halbleiter-Thema ist ja ein Chippenthema. Also diese Chips sind ja auch für andere Dinge teilweise einsetzbar. Oder auch die Maschinen, da können Sie also teilweise Halbleiter drauf produzieren, die ins Auto reinkommen, genauso wie für einen KI-Surfer. Nicht immer, da gibt es natürlich schon breitere und schmälere Strukturen und teurere und billigere Maschinen. Aber da sind wir nah am Ball und kriegen das natürlich auch hautnah mit, weil wir viele dieser Unternehmen, die wir spannend finden, wo wir investiert sind, vier, fünfmal im Jahr sprechen. Herr Meixner, nächste Frage an Sie in die Stuttgarter Ecke. Also die Frage, was ist eigentlich aus dem viel diskutierten und geforderten Moratorium geworden? Unter anderem hat sich ja Elon Musk damals angeschlossen, hat gesagt, hey, wir müssen, was waren es, sechs Monate mal die Forschung komplett auf Eis legen. A, die Frage, was ist daraus geworden? Und B, schließe ich an die Frage, geht das überhaupt? Kann man überhaupt ein solches Moratorium umsetzen? Was glauben Sie? Also tatsächlich wurde dieses Moratorium sehr kritisch gesehen. Also es ist immer so, dass wenn auf einmal dann gewisse Unternehmen einen Quantensprung erzielen und dann eben auch wie OpenAI innerhalb von weniger Monate 100 Millionen User für sich gewinnen können, dass andere Personen und Unternehmen dann neidisch werden, logischerweise, weil sie den wirtschaftlichen Vorsprung so sehen, dass sie ihn kaum noch einholen können. Und das ist tatsächlich meiner Meinung nach auch so, dass dieses Moratorium jetzt nicht unbedingt aus den richtigen Gedanken verfasst wurde, sondern stellenweise auch wirklich aus wirtschaftlichen Gründen, was ja auch nachvollziehbar ist. Aber um auf die Frage einzugehen, kann man sowas eindämmen? Nein, schlicht und einfach. Das wird nicht funktionieren. Man hat jetzt beispielsweise Facebook oder Meta, hat ihr Lama-Modell, das war quasi ein Large Language Model zu Research und Recherche-Zwecken, haben die das Open Source, beispielsweise Stanford und weiteren Universitäten zur Verfügung gestellt. Und nach zwei Tagen ist das komplette Modell geleakt. Und das, denke ich auch, ist mit ein Grund, weshalb Meta sich zu diesem Open Source Schritt entschieden hat. Jetzt ist vor, ich denke, zwei, drei Tagen geleakt, dass aus einer sehr seriösen Quelle das Meta, das nächste Modell, auch kommerziell nutzbar Open Source zur Verfügung stellen wird. Also, dass alle von uns jetzt ihre eigenen Bots und KI-Modelle auf Basis von Metas Large Language Model bauen werden können und auch kommerziell nutzen dürfen. Das hat natürlich den Impact, dass wir das Feld eigentlich weiter öffnen. Also, da ist es dann wieder so, natürlich muss ich diese Infrastruktur nutzen, aber ich bin in der Lage, ein eigenes Konkurrenzprodukt oder auch ein internes Offline-Produkt, das Lama-Modell lief beispielsweise auch offline, für mich selber oder für mein Unternehmen zu entwickeln. Und dementsprechend denke ich, dass niemand mehr auf diesen Luxus verzichten werden möchte und man diese Entwicklung nicht aufhalten werden kann. Spannend ist allerdings, dass Jan Le Kühn, das ist Chef für KI von Meta, der hat gesagt, dass diese ganze Angsthascherei und so weiter gar keine Daseinsberechtigung hat, ihrer Meinung nach. Das an sich wäre schon mal ein Statement. Jetzt ist es aber so, dass gestern Voicebox von Meta vorgestellt wurde. Das war ein Text-to-Speech-Tool, das auch in der Lage war, aus Samples, also aus Stimmproben, die gerade mal zwei Sekunden lang sind, Stimmklone zu erzeugen. Und dann wurde von Meta gesagt, dieses Modell ist zu gefährlich, um es öffentlich zugänglich zu machen, sage ich jetzt mal. Also selbst in diesen Unternehmen herrscht da nicht ganz Einheit, weil wenn es darum geht, wie gefährlich ist KI wirklich und sollten wir das jetzt vielleicht stoppen oder einschränken. Aber es gibt da jetzt noch, um das abzuschließen, gute Nachrichten im Sinne von OpenAI. Und Google haben beispielsweise dem britischen Regierungs- oder dem britischen Parlament Zugriff gegeben auf ihre Codes. Also die haben jetzt mehr oder weniger gesagt, wir möchten transparent sein und wir möchten zeigen, was mit den Daten passiert. Und dementsprechend denke ich, dass wir aus dieser ganzen Geschichte nicht mehr rauskommen, sondern irgendwie lernen müssen, damit umzugehen und es sich ähnlich wie mit dem Internet verhalten wird. Für viele ist es der gefühlte Untergang. Aber an sich denke ich, dass dieser Hype oder diese Angst in den nächsten Monaten sich abflachen wird und man einfach es zum Teil des Alltags sehen werden wird. Damit kommen wir, Herr Gumm, nächste Frage an Sie, in eine Richtung, die wir im Rahmen unserer Gespräche noch nicht weiter eingeschlagen haben, nämlich auch etwa Gefahren näher zu erläutern und auch zu skizzieren. Und dazu ist die Frage, wo sehen Sie jetzt entscheidende Nachteile der KI, nicht nur im Finanzbereich, sondern vielleicht auch im alltäglichen Leben? Denn wir wissen alle, dass es da noch ganz erhebliche Fehlerquellen gibt. Ja, es muss beides mitziehen. Ich sehe auch oft den Bereich IT-Security, was ja ein Riesenthema ist an der Börse. Diverse amerikanische Softwarefirmen, die natürlich mittlerweile völlig cloudbasiert die neuesten KI-Modelle zum Schutz von den neuesten KI-Modellen einsetzen. Das ist natürlich, du nutzt die Technologie um, es gibt immer Diebe und Betrüger, die wird es auch immer geben. Die hat es gegeben, wo Bargeld eingeführt worden ist vor 2000 Jahren, da hat man einfach die Münzen gefäscht mit Blei und mit Kupfer und hat es zu Gold mit einer Goldregierung verkauft. Und jetzt ist es genau das Gleiche. Ich habe das Tool jetzt noch nicht auf dem Radar, aber es ist natürlich scary, wenn eine Sound-App zwei Sekunden braucht, um mich zu imitieren. Die ruft morgen bei meinem Banker an und überweist das Geld zu einer anderen Bank. Und hoffentlich hat dann mein Banker meine Telefonnummer, um mich wirklich dann nochmal zurückzurufen. Und natürlich müssen Sicherheitsstandards mitziehen. Also für mich ist es immer, es gibt eine neue Technologie, die hat Chancen und Risiken. Und die Technologie muss dann im Endeffekt mitziehen, um auch wieder den Benchmark zu setzen. Aber die Welt wird digitaler in allen Facetten und da gibt es natürlich auch Risiken. Herr Moga, wie kann man denn, ich interprete Sie jetzt mal frei die Frage, wie kann man denn verhindern, dass KI, dass eine solche Technologie als mächtige Waffe genutzt werden kann und damit auch für kriminelle Zwecke verwendet werden kann? Denn man kann beispielsweise sich ja da auch, man traut sich es kaum auszusprechen, aber Chemikalien zusammen mixen, Bomben bauen etc. pp. Ja, in der Tat ist das möglich. Ich denke, wie bei allen und vielleicht noch viel wichtiger als bei KI, heißt es den Menschen, der nachfolgenden Generation, den Kindern, das mache ich extrem, die Sinne zu schärfen, zu sagen, hinterfragen. Es werden die Dinge schwer zu unterscheiden sind, was ist fake, was ist Realität. Aber das ist es ja nun schon eine ganze Zeit im Internet und ich sage immer wieder, bitte schaltet den gesunden Menschenverstand ein. Schaltet ihn ein, prüft es, überlegt nach Quellen, kann das wirklich sein, was mir hier suggeriert wird, kann das so sein. Natürlich müssen wir alte Menschen mitnehmen, wir kennen ja schon die Betrügermaschen, dass hier Stimmen inventiert, der Enkel anruft und sagt, Oma, ich bin in einer Notlage, überweis mir 10.000 Euro. So, genau, das ist die Frage und das kann nur über Aufklärung funktionieren und die Angst nehmen. Wir müssen, das Ding ist nicht zurückzudrehen, es ist so, wir müssen nach vorne gehen, wir müssen aufklären, wir müssen alle mitnehmen, wir müssen Angst nehmen, denn Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, war es schon immer. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende an der Geschichte. Und es verbietet niemandem, auch im Zeitalter der KI, den gesunden Menschenverstand einzuschalten. Herr Ries, Frage an Sie. Wir haben vorhin von Lama gehört, ich habe vergessen, Herr Meixner übrigens, was Lama hieß, aber das ist auch nicht so schlimm, weil jetzt geht es nicht um Lama, sondern um FOMO und das wissen wir auch, Fear of Missing Out, nämlich, dass es wirklich einige gibt, die sagen, ich habe jetzt wirklich Angst, nicht mehr dabei zu sein. Und sagen, jetzt kaufen und immer wieder neu kaufen und nachkaufen, wenn gleich die Kurse so gestiegen sind. Die Frage lautet, in der Tat jetzt kaufen, nachdem wir so einen Aufwärtstrend an der Nasdaq auch gesehen haben bei den Tech-Werten oder lieber auf eine Schwächephase warten. Das ist die Glaskugelfrage, ich weiß, aber ich will sie gern weitergeben. Also generell sind wir verhalten optimistisch, weil wir auch sehen, dass die Rezession, die überall gesehen wurde, nicht so eingetreten ist und auch unseres Erachtens in der Schwere nicht eintreten wird. Sondern die Unternehmen, auch die wir treffen, im Durchschnitt mit Ausnahmen sehr verhalten optimistisch sind. Das Timing ist immer die Frage, es kann immer Rücksätze ergeben, aber Investitionen in neue Trends, gerade wie wir sie machen, wo Unternehmen, die Gewinne oft fünf oder zehn oder sogar noch mehr Jahre davon profitieren, die darf man nicht kurzfristig sehen. Man kann ja auch jetzt einen Teil investieren und dann ein bisschen nachlegen. Ein Sparbrief ist, ein Sparplan ist zum Beispiel ein ziemlich gutes Verhickel dafür, um auch diese Timing-Geschichte bis in den Griff zu kriegen. Aber ich bin da voll einer Meinung mit meinen Kollegen, wir stehen erst am Anfang. Wir werden in ein paar Jahren zurückblicken und sagen, Mann, wie sind wir eigentlich ohne das ausgekommen, was es jetzt alles gibt, was uns KI und Digitalisierung gebracht hat, genauso wie wir uns heute mal vorstellen können, keinen PC nutzen zu können, kein Internet zu haben, kein Mobilfunkgerät zu haben, kein Smartphone. Das wird die Welt verändern in der Form, auch mit ganz neuen Anwendungen, ganz neuen Geräten, die es vielleicht gibt, ganz neuen Unternehmen, die an den Markt kommen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Da ist der Fantasie noch keine Grenze gesetzt. Und wir werden vielleicht im Jahr 2035, 40 zurückkommen und sagen, wow, wie war das eigentlich damals, wie heute die Jugend mich fragt, wie habt ihr euch damals eigentlich getroffen, wie habt ihr eigentlich gelebt ohne Smartphone? Und so ähnlich wird das vielleicht auch sein. Und das fängt erst an und das gibt noch viele, viele Chancen. Und damit sind wir in der Tat beim Ausblick, in der Schlussrunde. Herr Gumm hat auch gerade schon angesetzt. Ging es schon in die Zukunft oder um einen Return? Legen Sie los. Ja, wenn ein Zuseher hier die Frage hat, hätte ich noch eine interessante Statistik, wo ich nur noch beibringen wollte, und zwar von Bloomberg. Ist ja ein sehr bekanntes Haus und die sind ja nicht bekannt für euphorische und verrückte Prognosen. Und die haben letzte Woche den Applikationsmarkt der generativen KI bis 2030 geschätzt. Und der steht jetzt bei 20 Milliarden und soll auf fast eine Trillion, also auf 800 Milliarden sich verzwanzigfachen von den nächsten acht Jahren. Und vielleicht die als Antwort auf die Frage des Zusehers. Die führenden Technologiefirmen wachsen mit 20 Prozent auf bestehenden Technologien. Und jetzt muss man sich fragen, geht das Ding nach oben oder wachsen die zukünftig nicht mehr? Also wenn man das KI nochmal on top blickt, könnte man sicher bei 25 bis 30 Prozent liegen. Und wenn man sich dann die Wachstumskurse, ich habe das heute Vormittag auch auf der Konferenz kurz ausgemalt, dann könnte man sich ein Kurspotenzial für die großen Technologiefirmen für die nächsten 24 Monate durchaus im Bereich von 40 Prozent vorstellen. Das ist natürlich jetzt Glaskugel, aber das sind einfach nur die Werte der Vergangenheit fortgeschrieben mit einem kleinen Kick nach oben mit den neuen Tools. Also Markttiming ist schwierig. In Troschen ist man immer der Sieger, weil man immer dabei ist. Und weil wir dabei sind, wir können uns gar nicht vorstellen, was vielleicht in 10, 15 Jahren möglich ist. Dazu dann auch die Schlussrunde übrigens. Ich habe jüngst nur einen Schulbesuch gehabt und habe dort auch ein paar Fragen beantwortet. Wir haben uns mit den Kindern unterhalten, weil sie gesagt haben, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, was möglich ist. Da war tatsächlich die Frage, ich glaube, es war ein Zehnjähriger, wie habt ihr früher Instagram genutzt und Facebook, als es noch gar keine Computer gab? Und diese Frage, ja, das ist genau der Punkt von hinten durch die Brust ins Auge. Herr Meixner muss auch schmunzeln. Jetzt aber Schlussrunde 2030 oder machen Sie 2040, ist mir auch egal. Weit voraus Ihre Vision zum Thema KI, nicht nur im Finanzwesen, gerne im Finanzwesen, aber auch allgemein. Herr Meixner, legen Sie los. Also ich denke, dass es sich wirklich in unserem Alltag einfach etablieren wird, so wie das Internet und dass wir kaum noch uns vorstellen werden können. Also wie die anderen Referenten bereits gesagt haben, dass unser Alltag einfach einfacher wird. Ich habe die Vision dafür, dass die Bildung etwas weiter demokratisiert wird, dass Kinder sich Nachhilfe leisten können, die aktuell vielleicht sich das nicht leisten können und dass wir allgemein mit KI-Tools eine digitalisiertere Gesellschaft auch in Deutschland und in Europa hinbekommen werden. Na, das wäre doch super. Herr Ries, Ihre Vision? Meine Vision ist, es wird eine Partnerschaft zwischen Mensch und Maschine geben. Wir werden da viel mehr zusammenwachsen. Und die KI und ich sage mal, die Maschine ist der natürliche Freund und Partner, der mir in vielen Dingen helfen wird. Und wie gesagt, die Investmentchancen, wir investieren ja nur, wo wir glauben, dass sich die Kurse verdoppeln. Und ich glaube, da gibt es ganz viele noch, selbst nach dem Anstieg jetzt, gerade durch KI und die ganze Digitalisierung, wo wir noch viel Spaß auch als Investoren dran haben werden. Herr Heimburger, das Mikrofon ist direkt zu Ihnen weitergereicht worden. Wir wollen natürlich auch Ihre Vision hören. Ja, also ich kann mich da wirklich den Vorredner noch anschließen. Wir werden hier eine extrem interessante Entwicklung sehen in sehr, sehr vielen Bereichen. Natürlich werden wir auch Verlierer sehen. Das muss man auch klar sehen. Unternehmen, die abgehängt werden. Unternehmen, die nicht mitkommen, weil Managementfehler gemacht werden. Herr Ries hat es ja vorhin schon erwähnt. Das Management wird immer wichtig sein, das auch umzusetzen. Wir müssen sicherlich aufpassen in der Gesellschaft, dass wir Bereiche, ich nenne jetzt mal Gesundheit, nicht Gesundheitsvorsorge jetzt in Form Entwicklung von Medikamenten, sondern die Menschen zu betreuen, Altersvorsorge, dass wir diese Brücken bauen, denn die wird nach wie vor händische Arbeit benötigen. Natürlich kann da KI auch unterstützend wirken, aber den alten Menschen zu betreuen, ältere Menschen zu betreuen, Kranke zu betreuen, wird immer noch sehr viel händische Arbeit verlangen. Die müssen mitgenommen werden. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, die hier gemacht wird. Und nochmal ganz der Appell, Angst weg, offenes Visier und mit gesundem Menschenverstand was draus zu machen und auch den kriminellen Machenschaften die Stirn bieten. Herr Gumm, Ihr Schlusswort. Vielleicht auch was Verrücktes auch mit Blick auf 2030, 2040. Und sagen Sie nicht, ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen. Ja gut, da fällt mir gerade was ein, was ich gestern Abend mitbekommen habe. Da war ein Zukunftsforscher, der hat gesagt, wir müssen 2035 erleben, dann werden wir 100 Jahre alt. Also das ist vielleicht schon mal ein... Möchten wir das? Möchten wir das, genau. Aber ich will es natürlich nochmal ein bisschen auf die Börse zurückführen. Wir sind ja hier in einer Investmentrunde. Und für mich ist es sehr eindrücklich, dass wir in einem Zyklus der letzten 8 bis 12 Monate, wo die Zinsen epochal angestiegen sind und der Markt enorme Verunsicherung gespürt hat, einen Tech-Boom gesehen haben. Also wie stark muss diese Technologie, vor allem im amerikanischen Investorenkreis, die natürlich per se aus ihrer Natur aus gerne Technologie, wie stark muss der sein, dass die solche Chips auf, wir haben es angesprochen, der Nvidia mit 80, 40 mal Umsatz, ich glaube 100 mal Kurs gewinnt. Das ist 300. Der durchschnittliche europäische Investor, der hört die Glocken vom neuen Markt klingeln und weiß, was danach die nächsten paar Monate passiert. Aber trotzdem steht der Kurs da, wo er steht. Mit all dem Wissen steht der Kurs da, wo er steht. Das heißt für mich, die Börse in Amerika sieht das als Jahrhundertthema und zwar stärker noch wie Internet, stärker noch wie Media, stärker wie Social Media und Cloud. Und das muss man sich vor Augen führen. Dieser Trend, wie wir arbeiten, wird fundamental shiften. Und ich glaube, wir unterschätzen es alle. Ich habe es selber wahrscheinlich auch unterschätzt, wo wir uns gesehen haben. Und es ist zukünftig nicht KI gegen Mensch. Es ist KI mit Mensch gegen KI ohne Mensch sozusagen. Also jeder wird sich assistieren lassen auf die ein oder andere Weise. Und ich glaube, das sind Hintergedankheiten, dass wir diese Tools jetzt nützen müssen, weil die Welt digitaler wird und nicht analoger. Und das müssen wir vor allem auch hier im Bereich des Asset Managements, eben diese Tools nutzen, aktiv, weil die internationalen Investoren werden es machen. Und was mich etwas beruhigt, einer von Ihnen hat es vorhin gesagt, die Bedeutung des gesprochenen Wortes wird stärker werden, in welchem Zusammenhang auch immer. Aber das unterstreicht das, was wir heute gemacht haben. Wir haben nämlich das gesprochene Wort in den Mittelpunkt gerückt. Dankeschön, Herr Meixner. Nächstes Mal sind Sie hier in Hamburg. Wir laden Sie herzlich ein an den Ballindamm. Da verpassen Sie nämlich was. Schöner Blick auf die Binnenalster. Meine Herren hier im Studio, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch in Hamburg. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben eine Menge gelernt und sind alle ein Stück weit schlauer geworden. Und darum geht es hier an diesen Runden. Dankeschön. Meine Damen, meine Herren, damit müssen wir jetzt schon den Schlussakkord einleiten und einläuten. Nicht aber, ohne nochmal auf all unsere Gäste hingewiesen zu haben. Denn wir haben nochmal eine schöne Grafik vorbereitet, wo alle Koordinaten nochmal drauf sind. Von Timothy Meixner, von Johannes Ries, Hans Heimburger und Christoph Gumm, die alle flehentlich gebeten haben, mich im Vorfeld Ihnen zu sagen, Sie sollen sie anrufen. Sie dürfen Mails schicken. Sie können natürlich auch die Fonds kaufen. Gar keine Frage. All das ist möglich. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen über Donner und Reuschel, hier sind die QR-Codes. Mehr auf unserer Seite haben Sie hier für alle die, die gerade nicht die QR-Codes ablesen können. www.donner-reuschel.de slash investor-services und Sie können sich auch für die Partnerliste registrieren lassen. All das und mehr dann natürlich im Nachklang. Und auch das muss am Ende dieser Asset Manager Presentation natürlich gesagt werden. Wir haben das alles aufgezeichnet, meine Damen, meine Herren. Sie können bei Donner und Reuschel in den kommenden Tagen auf den YouTube-Channel gehen. Ich denke, da wird das ein oder andere auch auf LinkedIn gepostet werden. Wir werden auch die einzelnen Talks extrahieren, sodass auch die Einzeltalks einzeln gesendet werden können und nochmal angeschaut werden können. All das und mehr dann in den kommenden Tagen, damit das Glück perfekt ist für alle diejenigen, die vielleicht heute von Anfang an nicht dabei waren. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das waren ein paar mehr als 90 Minuten, aber das Thema gab es in jedem Falle her. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute für die kommenden Tage und für all diejenigen, die bald in die Sommerferien gehen. Natürlich genießen Sie auch mal eine KI-freie Zeit und dann sehen wir uns hoffentlich alsbald danach wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.